So, Hallöchen meine Freunde. Ich glaube, wir sind jetzt hier wieder live, oder? Warte mal, YouTube läuft, Twitch läuft und TikTok läuft hier auch perfekt. Chat, was klappt, Freunde? Und damit herzlich willkommen hier zu einem erneuten Livestream hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht es gut soweit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier am Donnerstag Nachmittag auf meinem Channel. Leute, was klappt? Gerne mal hier ein Hi in den Chat. Alle, die hier am Start sind. Leute, was geht, was geht? Wir machen eine kurze Begrüßungsrunde und danach gehen wir direkt rein in Fortnite. Hallöchen, Mahmoud, was klappt? Edda, was klappt? Nathalie, Aslea, hallo Tim, Roxley. Hi, Carlos, was klappt? Tobi, Monkey Lily. Hi, Florian, was klappt? Nix, Sven. Lillian, Lillian, Tee, Hallöchen, Stretcher, Driton, Yubai. Moin, Leon Zett, Fortnite Herz, School Crafter, Gabriel, Henry, Prime, Oda, Boogie. Hallöchen, Fibrisi. Was klappt? Adi Flight. Hallöchen, Chava, Nico. Moin, Leon. Buffente. Yunus. Lennart. Hallöchen, Ferro. Tor-Maschine, Anmol, Bitella, Raphael. Was geht? Hallöchen. Marado, Lena. Was klappt? Clara. Hallöchen, Ben. Was geht? Eins, Maus. Hallöchen, Biest. Was geht? Was geht? Und Nick Hack haut hier einen Twitch-Sub im sechsten Monat raus. Nick, mein Beste. Danke für deinen Twitch. Prime im sechsten Monat. Mermel, danke für dein Geschenk. Dillat, Teller, Dankeschön, mein Beste. Nikolai, was klappt? Hallöchen, Viola. Hallöchen, Nico. War sehr cool, Nico. Danke der Nachfrage. War sehr nice gewesen. Chat, Leute, wie geht's euch? Schön, dass ihr am Start seid. Hi, Ferdi. Was geht? Felix. Lilly. Dankeschön. War ja dich auch nochmal. Grüße gehen raus. Dankeschön. Freut mich zu hören. Hi, Kalle. Was geht? Lennart. Moin. Max. Hallöchen. Kerstin. Was geht? Blacklight. Miro. Jan. Gamer Max. Was geht? RMA Beast. Hallöchen. Und Nick Hack schenkt hier noch ein Sub an Novo. Perfix. Dankeschön, mein Bester. Danke, Nick Hack. Ganz, ganz vielen lieben Dank für den verschenkten Twitch-Sub. Wirklich ganz, ganz vielen lieben Dank. Kuss geht raus. Hi, Kevin. Was geht ab? Leon. Moin. Die Mano. Hallöchen, Patricia. Wie geht's Ihnen? Mir geht's sehr gut. Leute, bei mir ist alles tip top, Chat. Vielen Dank der Nachfrage. Alles, äh, alles bestens hier. Ah, Matteo. Was geht ab? Hallöchen. Lady. Moin. Luis. Was geht? Ähm, Leute. Ich würde sagen, Chat. Wir gehen jetzt mal in Fortnite direkt rein. Ähm, ich hab Bock, leider, zu zocken. Ich freu mich sehr darauf. Bisschen, bisschen Fortnite, Leute. Ähm, im Shop, glaube ich, gibt's leider nichts Neues. Elmira-Skin ist wieder zurück. Delirium und der Kastor-Skin. Noch passenden Spitzsacken dazu. Und nochmal eine Lackierung. Ansonsten, die, äh, Einbrecher-Skins sind wieder im Shop zurück hier am Start. Dann der Weiß-Skin, Omen-Skin, Späh-Veteranin und Blut-Rote Elite. Eigentlich ganz coole Skins auf jeden Fall. Ähm, Kristall-Skin ist auch ein sehr cooler Skin. 800 V-Bucks lohnt sich auf jeden Fall. Hier der, äh, Skifahrer-Skin ist auch ein kleiner Schwitzer-Skin. Und, äh, Denzelest-Skin finde ich eigentlich auch ganz nice, muss ich sagen. Ansonsten hier noch Jujutsu Kaisen ist im Shop. Coachella ist hier noch im Shop nach wie vor drin. Und, äh, The Weeknd ist wieder zurückgekommen. Warum auch immer heute The Weeknd reingekommen ist wieder. Ist jetzt auch wieder zurück im Shop. Da sind noch die ganzen Avatar-Items. Und hier noch die ganzen Festival-Skins, Items. Autos sind auch immer noch im Shop. Ja, ich glaube, hier den Rest kennen wir. Und es gibt ein neues Paket, Leute, stimmt. Ein neues 8-Euro-Paket. Hier ist einmal der Skin mit drin. Äh, Happy and Hey-Skin heißt der. Eigentlich ganz cool. Hier noch die Flügel. Boah! Junge, die Flügel passen ja auch sehr krass in den pinken Superhelden-Skin hier. Spitzsack auch nochmal hier mit den Federn. Und, Leute, bei dem Paket gibt es 1000 V-Bucks mit dazu. Äh, beziehungsweise man muss Aufgaben machen für 1000 V-Bucks. Skin kostet 8,99 Euro. Soll man es denn kaufen? Lohnt sich eigentlich, oder? Eigentlich Skin, würde ich sagen, lohnt sich. Wurde ich schon wieder rein-cashen. Ja, eigentlich Skin, auch 1000 V-Bucks mit dabei. Für 8 Euro. Oder alle gerne mal eine Einzelstadt, wenn man es denn kaufen sollt. Und, Freunde, nicht vergessen. Ihr könnt mich kostenlos unterstützen, wenn ihr in den Fortnite-Shop reingeht. Gibt es hier unten in der Mitte einen Button. Unterstütze einen Creator. Und dort könnt ihr kostenlos Creator-Code Dave-Night eintragen. Genauso, Leute, wie es hier steht. Einfach mal quasi meinen Namen eintragen. Dave-Night. Leute, Kurs geht raus. An alle, die mich da immer kostenlos supporten. CC Dave-Night. Ganz, ganz vielen lieben Dank, Leute. Hier mal auf Suchen drücken. Und sobald quasi dieser grüne Haken erscheint, habt ihr alles richtig gemacht. Dann würde ich sagen, Freunde, kauf uns hier mal den neuen Skin. Ich mach kurz einmal die Kamera groß, weil, äh... Ich hab Angst, dass ich hier wieder irgendwas aus Versehen liege. Ich will da nicht eine Adresse oder so liegen aus Versehen. So. Einmal aufladen hier, Leute. 8,99 Euro. Vielen Dank. Und... Da haben wir ihn, Leute. Den neuen Hey-Skin, Junge. Geil, Anna. Let's go, man. Wieder neue Skin am Start, Leute. Paket-Skin. Extrem geil. Auch die Flügel. Junge, die passen so gut zu dem Skin, Leute. Und eben 1000 V-Bucks mit dazu. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf Aufträge. Genau, hier. Hier schließe im Match Aufträge ab. Und da gibt's dann immer so V-Bucks quasi als Belohnung mit dazu. Ähm... Ja, eigentlich ganz geil. Würde ich sagen, äh... Lass uns hier mal eine Runde starten. Ähm... Wo ist denn hier? Solo-Modus. Solo-Modus. Let's go. Zack. Und dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir mal rein. Aber wir wählen mal die Flügel dazu doch aus. Warte mal. Äh, vor kurzem wir halten. Hier Flügel. Und den neuen Skin. So, vor kurzem wir halten. So, zack. Junge, was ein Skin, Alter. Heftig. Leute, aktuell Kronen, Junge, bei 77 Stück. Heute ist die 80 fällig, würde ich sagen, Chat. Gibt's die noch heute? Ne, das Bundle ist safe jetzt so 2-3 Wochen im Shop, würde ich sagen. Das Paket ist in Safe immer so für 2-3 Wochen eigentlich drunter. Ne? Wie viel Prozent Champion bist du? Äh, ich glaube, wir sind so bei Champion 70%. Leute, am Sonntag, Chat. Ähm, am Sonntag werden wir so lange streamen, bis wir Unreal sind. Komm, wer was wolle. Also, eventuell am Sonntag auch 12 Stunden streamen oder so. Müssen wir abchecken. Sonntag, Leute, sind wir ab 8 Uhr in der Früh live, gemeinsam mit Standardskill. Wir werden Rank zocken, solange bis wir Unreal sind. Komme, was wolle, wie gesagt. Was für ein Rekord willst du knacken? Ich will meinen eigenen Rekord knacken. 200 Kronen Siege will ich in der Season erreichen. 200 Kronen Siege. Und Marcel, mein Bester, danke dir für deinen 13. Monat YouTube-Sub. Ganz, ganz viel lieben Dank. Kurs geht raus. So, hier C.C. Dave und Leute, nicht vergessen. Bei dem Shop. Und dann würde ich sagen, starten wir mal rein in die erste Runde des Tages hier. Äh, müsste funktionieren oder Lennart? Geht das nicht? Vielleicht, ich darf auch ganz kurz ein bisschen Abort, äh, aktualisiert. Achso, gestern im Stadion Bayern Arsenal. Ja, ich war, äh, gestern im Stadion gewesen. Ich habe auch ein Instagram-Video hochgeladen. So ein Instagram-Real-Video. So. Ja, das Ding ist, Season geht noch bis Ende Mai, glaube ich, oder? Ich glaube, 24. Mai. So knapp noch vier Wochen. Das ist Flo, Matteo. So. Oder, ich glaube, 24. Mai. Oder geht die Season? Jetzt bin ich gerade überfordert. Oder 25. Mai? Wir können uns kurz nachdenken, mal nachschauen, oder? Ich glaube, Ende Mai. Ich glaube, 24. Mai, wenn es mich nicht täuscht. Ähm, Ausrufezeichen Earnings, eh, Nidim. Nee, nee, Season geht safe bis Mai. Auf jeden Fall noch circa vier Wochen geht die Season. Oder vier, fünf Wochen sowas um den Dreh. So, Leute. Ich würde sagen, erste Runde des Tages. Wir gehen mal auf entspannt Rebel Roos, Leute. Auf ganz gemütlich. Ah, perfekt, Lennart. Ja, perfekt. Am 24. Weil dann auch mein Vatergeburtstag. Ah, okay, perfekt. Also, Leute. Die Season geht noch knapp vier Wochen. 24. Mai. Ja, das Ding ist, die Season, wie brief sie ging. Also, die Season war gar nicht so lange. Und ich meine, die Season hat, äh, am 8. März, glaube ich, gestartet. Und ging acht Wochen insgesamt. Also, eigentlich für eine Season eher kürzer, würde ich sagen. War nicht die kürzeste Season, aber eher kürzer als wie, äh, wie im Durchschnitt. Ich bin mal sehr gespannt, Leute, was Thema der nächsten Season sein wird. Was ich mir mal wieder wünschen würde, wäre eine Marvel Season. Wie in Chapter 2 damals. Wie in Chapter 2 damals. Marvel Season habe ich persönlich, äh, sehr gefeiert. Warte mal, hier landet noch jemand. Bro. Bro, man aim. Er landet direkt bei mir, hey, ist er lost. Also, Kumpel, landen musst du halt schon können, ne? Landen muss gelernt sein. Und Nico, danke dir für einen Euro. Danke dir, mein Bester, für die erste Spende des Livestreams hier. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Küsschen geht raus. Hoffen, dir geht's gut, Nico. Und danke dir für einen Euro. Oh, blauer Pumpkarampfstart, äh, blaues Sturmgewehr. Geben wir beides mit. Aber zu etwa sagt ihr von 1 bis 10 zu dem neuen Skin hier. Schreibt mal rein, von 1 bis 10, man würde bewerten. Also, ich würde dem Skin so eine, auf jeden Fall so eine 8 von 10 geben. Also, es ist ein sehr geiler Skin, muss ich sagen, finde ich sehr nice. Wir sind hier noch am Start, ey, gut, noch ein Sturmgewehr. Das haben wir schon. Ich höre irgendwo eine Fähigkeit. Ich höre irgendwo eine Avatar-Fähigkeit, Leute. Vielleicht ist das eine Luftfähigkeit. Oh, Luftbändigung, ey, optimal. Was, ich will noch mehr, Leute. Das ist doch herrlich, Chad. Luftbändigung, so unfassbar starkes Item. Noch kurz, äh, Schild voll gemacht. Ja gut, eigentlich haben wir alles soweit, was wir brauchen. So. Einmal Luftrad hier aktivieren. Und jetzt, Leute, gehen wir mal kurz hier nach vorne. Ich hoffe, dass der Bot noch da ist. Weil der Bot verkauft hier mal eine Sniper. Jawohl. Aber ohne Visier. Ah, weiß ich nicht. Komm, wir kaufen noch eine Sniper. Jetzt bitte mit Visier. Ja, okay, nice, Leute, perfekt. Okay, komm. Hat sich gelohnt, Leute, hat sich gelohnt. Und den Bot haben wir auch direkt rekrutiert. So. Der hätte jetzt schon gute Vorarbeit geleistet, weil er hat den Bot, glaube ich, gekillt. Liegt irgendwo die Tresorkarte? Muss die hier eigentlich irgendwo liegen, oder? Ah, hier liegt die Tresorkarte. Wir lassen den Sniper kurz liegen. Oh, 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 Leute, die wurde gesiped. Arm, Junge. Kommt der mit Feuerattacke an, Bro? Was machst du? Kommt der einfach mit Feuer an. Mann, ich glaube, bei dem hakt es. So. Einmal rein in den Tracy, Leute. Erdbändigung. Oh, Erdbändigung wäre auch krass, ne? Erdbändigung feiere ich schon auch, muss ich sagen. Ich überlege gerade nur, ob wir dann Impulsgranaten hier lassen sollen. Oh, ich bin auch in der Sniper gezogen. Sollen wir Impulsgranaten hier lassen, Leute, für Erdfähigkeit? Für Erdfähigkeit? Zum Rotieren, ne? Der erste Runde des Streams, äh, Herne, du. Wir sind ja gerade in der ersten Runde des Livestreams drin. Oder sollen wir Impulsgranaten mitnehmen? Aber Erd ist halt krass wegen dieser Steinwand. Warte mal, ich habe mich eingesperrt, oh mein Gott. Warte, spielst du immer auf Controller? Äh, Fortnite schon immer. Ich habe Fortnite immer auf Controller gespielt. Ich habe es nie auf Tastatur gespielt. Ja, aber bei Impulsgraden sind schon auch krass. Ja, der Sniper, Bruder, hier liegt einfach Doppelsniper im Tresor. Ja, sechs Impulse sind auch schon auch sehr strong. So, wir gehen mal kurz nach Levish Lair. Oh, hier ist jemand. Zeig dich, Kumpel. Warm, Junge. Durchs Fenster weggesniped. Oh, jetzt sind wir im Bunker auch noch mit am Start. Ich glaube, Leute, wir müssen Bunker mitnehmen. Controller Beste. Ja, wie gesagt, ich habe damals Fortnite 2017 auf der, äh, PlayStation angefangen. Und, äh, defense vielleicht dann auch mit Controller. Also eigentlich habe ich Fortnite schon immer Controller, äh, gespielt gehabt. Ich hatte Bock auf die Feueraufgaben gehabt. Ja, ich glaube es auch. Ja, Feuer-Item ist leider echt das Schwächste von den ganzen, äh, Avatar-Items. Feuer ist halt echt leider nicht so stark. Noch alle Miralors wurden eingesammelt. Nee, Olympus nicht. Oh, ich habe Bock auf Olympus, aber. Anderweil wird eingesammelt. Grimgate. Oh, wir sind auch Schüsse. Metalground wurde auch eingesammelt. Was hat er gemacht? Oh, der Tank ist leer. Oh mein Gott. Ey, der Tank ist aber alle. Da kommt noch jemand. Oh mein Gott. Warum jetzt zwei Leute? Warum sind jetzt auf einmal zwei Leute am Start? Ich habe Angst. Wieder 116? Ey, der laggt voll rum, der Typ. Ich meine, wie er rumbackt. Warte mal, den Pussel. Ey, komm, ey. Jetzt zweimal 116 bekommen, der Typ. Wieder 116? Ey, er ist so nervig. Wie kann er das überleben die ganze Zeit? Jetzt endlich. Junge Hedge hat ins Gesicht. Er hat sogar eine Krone für mich gehabt. Oh mein Gott. Noch ein Headshot. Weg mit euch, Jungs. Nächste Runde könnt ihr vielleicht zocken, ja. Aber das ist meine Lobby hier. Er hat auch Luft gehabt. Ja, Poseidon, da schaust du blöd, ne? Da guckst du. Let's go, chat. Double Headshot Snipe hier. Das ist meine Lobby. So, wir gehen nochmal ganz kurz zum Waffenbunker rauf. Ich muss einfach meine Pumpgun aufrüsten, mit großem Magazin. Und ich würde gerne den Schalldämpfer von der Sniper abmachen. Oh, ich hab ihn markiert. Ich hab den Bot markiert, warte mal. Oh, der ist hier. Boom, Junge. Aber Leute, anscheinend kämmt da unten jemand drinnen, oder? Anscheinend kämmt unten jemand. Der Bot soll jetzt jemand scannen. Und dann sehe ich, ob da unten jemand drinnen kämmt. Komm, Bot, bitte scannen. Sei ein braver Bot. Bitte scannen jetzt. Das ist jetzt wirklich jemand. Ich hab drei Bananen. Kannst du mir gar nichts antun. Hör auf, mein Bot zu eliminieren, Junge. Ich hab eh großes Magazin drauf. Ähm. So. Noch kurz hier, wenn wir den Bot voll splaschen, also damit wir hier full life sind. Jetzt würde ich sagen, ab in die Zone. Wir haben auch alle Krone gehabt, ne? Junge, das ist full Krone ein Ding. Oh, warte mal, Jet. Vor mir ist jemand mit drei Medaillen. Oh, mein Gott. Der hat drei Medaillen vor mir. Alles nur Bots. Ja, genau. Boah, Bots haben auch Krone mit dabei, ne? Bots haben ja auch immer Krone und so. So. Ist immer so lustig, ne, Leute? Wie sauer die Gegner, äh, oder teilweise aus dem Chat sind. Ist immer so lustig, dass die Leute Nullbau immer so schlecht reden. Bro, wenn Nullbau so einfach ist, äh, Kilian, weil du machst dann keine Earnings im Nullbau, ne? Warum hab ich dich da noch nie auf dem ersten Platz im Nullbauenturnier gesehen? Sag mal kurz an, bitte. Ja, Bro. Leute, von no reason einfach sauer. Das ist das Ding. Bro, Nullbau ist einfach ein anderer Spielmodi. Das ist das Ding, weißt du? Das ist das Ding. Glasbauen anders wie Nullbauen. Aber Nullbauen ist genauso, äh, schwer. Du musst halt aber nur anders spielen. Aber das checken einfach viele nicht. Die denken so, öh, Nullbau ist gleich, äh, einfach. Ich, ich würde sogar behaupten, im Nullbauen einer der Besten zu sein, ist viel schwieriger, als wie im Bauen. Dass man im Bauen-Modus gut wird, Bro, ist, ist nicht so schwer. Einfach ein bisschen Krativ reinsetzen, ein paar Mal ein bisschen Bauen, üben und gut ist. Aber im Nullbau gut zu sein, ist, ist immer nicht so wirklich krass, sein Mullbau. Ist schwerer wie im Bauen. In meinen Augen einer der besten deutschen, äh, Zero-Bild-Spieler, das hat ganz klar Roskology, ganz klar. Der Mann ist, äh, absolut geisteskrank im Mullbau, und wenn ihr den kennt. Nico, nochmal ein Euro. Danke, Nico, viel, viel Dank, mein Mester. Danke für den Support und danke für nochmal ein Euro donation. Fürs Ding geht raus, Bro. Zwanziger Snipe. Zwanziger Snipe. Und was für eine Waffe schießt der mit der DMR? Ist das der mit den 3-Mera-Yours eigentlich? Aber der mit dem 3-Mera-Yours, der steht hier irgendwo. Ja gut, das ist der schon, glaube ich. Das ist er, glaube ich, schon. So. Das Ding ist, wir haben eigentlich hier oben Zone auch, Leute. Nico, haut hier nochmal ein Euro raus und Jule, danke für den neuen Monat der YouTube-Mitglied. Ganz, ganz vielen vielen Dank für den Support, Leute. Prost, Prost, Prost. Die Feiten, halt da vorne irgendwo fuhr, ne? Über drei Medaillen. Über drei Medaillen. Ich glaube, das ist schon der Typ oder dem, wo ich die ganze Zeit anschieße, wo ich mich auch die ganze Zeit snipen möchte. So. Aber ich habe eh Pumpkan, habe ich aufgerüstet, Stummgehe habe ich Visier drauf. Perfekt. Ich sehe die halt nicht. Medaillen, haut da irgendwo ab. Und Nico, noch einen Euro. Nico, mein Bester, ganz, ganz vielen lieben Dank für die ganzen Donations hier, wirklich mein Bester. Kurs geht raus, Brudi, vielen, vielen Dank für den Support. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Kurs geht raus. Oh, zittert, der mit der Jors kommt hier. Komm, den muss ich jetzt snipen am besten. Jawoll. Junge, ich schaue den euch an. Bruder, er hat alles am Start, ne? Ist das krass. Deswegen ist, die Zone macht halt, gut, noch zweijartiges, ne? Ich weiß gar nicht, warum er so eilig in die Zone gelaufen ist. Was liegt da? Das ist Feuerbändiger, ne? Ey, Nico, mein Bester, danke dir für die ganzen Spenden, Bro, was geht hier ab? Ich grüße aus deinem Herz, Nico, vielen, vielen Dank für den Support hier. Danke dir, Wurde einer gescannt? Oh, ich habe kein Dash frei gerade. Oh Gott. Mein Bot sollte nochmal scannen am besten, das wäre mir am liebsten. 30 gesnipet, oh, ich hätte auch ein Headshot sein können. Ja gut, der Dash nur weg die ganze Zeit. Dann gehe ich auch in die Zone rein. Dann gehe ich auch in die Zone. Hoffentlich haben wir nirgends abgefangen. Ich habe noch drei Bunker. Das ist gut. Gott, wer ist Zeit bei ihm? Heilige. Bro, oh mein Gott, was machst du? Ah! Ja, ich habe ihn in der Zone bekommen. Er ist an, er ist an Fallschatten gestorben, Bro, ist an er. Ey, chat, der Typ, der nervt mich seit 10 Minuten. Der nervt mich schon die gesamte Runde. Jawohl, höchst war der Letzte schon? Ja, moin, let's go, chat. Das war der Letzte schon gewesen hier. Nice, Leute, mit dem neuen Skin, Junge, der ricken Wingefets, Allah. GG's. Gar nicht, ich habe gecheckt, dass der Letzte schon war. Nice, Leute. Nein, das ist hier ein guter Start schon mal. Ja, das ist ein guter Start hier, Leute, in den Stream rein. Nice, Leute. Alle mal GG in den Chat. Das war der 78. Kronensieg. Leute, alle mal zur einzigen Chat, wenn ihr denkt, dass ich jetzt Back-to-Back-Win hole, dass ich jetzt noch einen Sieg hole. Und Nico, noch mal ein Euro. Danke dir, mein Bestes. Ganz, ganz, vielen lieben Dank. Los, geht raus, Nico. so, Leute, rein in die nächste Round hier. Ja, Road to, ey, heute 80 Kronensiege, 100%ig, Leute. Heute 100%ig, 80 Kronensiege. Safe, 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 safe. Wir grinden, Leute, so lange müssen wir heute 80 Kronensiege haben. Lukas, was grap, halb ich ja immer besser. Moin, Meister. So, meine Damen, meine Herren. Weiter geht's hier. Okay, viele glauben, dass wir einen Win holen, ein paar auch nicht. Kommt, Leute, ich zeig's euch. Ich zeig euch jetzt, dass ich hier Back-to-Back-Win holen kann. Und der hat ja auch eine Kronen, der Mann. Einfach deine Grundsiege, Herr. Hm. Ey, wir gehen nochmal, Rebel Roost. War ein so guter Start gewesen. War ein sehr guter Start hier. Aber jetzt, Ziel, eigentlich, äh, mindestens 15 Kills. Eben waren es nur 14 gewesen. Deswegen, Leute, ich würde sagen, jetzt hier nochmal Back-to-Back-Win. Aber jetzt eigentlich, Voraussetzung, 15 Kills. Hoffentlich. Was schon mal gut ist, gehen ein paar Leute nach Rebel mit, glaube ich. Einer fliegt mit hier. Zwei fliegen mit. Gute Voraussetzung hier. So. Aber weil, ich glaube, einer ist abgedreht. Einer kommt ja, ah, wobei, der fliegt, der fliegt ja nicht nach Rebel. Der geht auch weiter, oder? Der fliegt auch weiter, der Typ. Oh, hier hinten kommt ein paar. Oh, ich will die SMG snacken. Ey, Nico, mein Bester, danke dir nochmal hier für 5 Euro dieses Mal. Ey, Junge, Nico, vielen, vielen Dank, wirklich. Und mein AIM ist halt ohne Faden, ne, Bruder, ohne Visier ist es gottlos. Warte, wir gehen, wir können die Berries und gehen runter. Nico, vielen, vielen Dank hier. Ja gut, das war zum Bot. Ey, für die 5 Euro, Kurs geht raus. Danke dir. Ihr wart nochmal, bekommst, bekommst einen Tanz hier. Mein Lieblingstanz. So, ich kann das Gewehr schon mal weglegen. Junge, Sturmgewehr ohne Zielvisier ist bei mir Ende. Da ist Ende im Gelände. Spielt ihr lieber das Sturmgewehr mit oder ohne Visier? Schreibt mal kurz rein. Oh, neue Pumpkan am Start, sehr gut. Epische DMR mit Snipervisier, okay, gut. Auch lieber mit Visier, ohne, okay. Ey, ich wünsche euch, könnt ohne noch treffen. Also wirklich, mein AIM ist ohne leider echt miserabel. eigentlich, Leute, wir haben eh schon einen geilen Loot, ne? Ich würde sagen, komm, Leute, wir gehen direkt weiter. Kills, können wir auch looten, können wir auch morgen, wollte ich sagen. Ich will jetzt Kills machen. Und Nico, Herzbekomme ja auch als YouTube-Mitglied, mein Bester. Ganz, ganz, vielen lieben Dank. Ich muss jetzt hier einmal ganz dringend den Bot kaufen. Hä? Warte mal. Der wurde, oh, Droid wurde gerade gekauft. Nein. Oh, er klaut in meinen Bot, er hat jetzt auch safe einen Sniper am Start. Oh, der Schildcrack. Nice, easy, so. Ja, Bro, Kumpel, brauchst du gar nicht abbauen hier. eine blaue Sniper, okay. Oh, warte mal. Mit, mit Visier. Okay, nice. Doppel Feuerbändiger, nee, das brauchen wir nicht. Oh, jetzt ist der gute Bot weg. Oh, nein. Verdammt. Leute, jetzt ist mein Lieblings-Bot weg. Ja, jetzt alternativ können wir uns doch den Bot aus Lavish leer kaufen. Aber da müssen wir uns auch beeilen, weil der Lavish leer Bot wird auch oft, sehr, sehr oft gekauft. Ja, schade, dass ich den Bot nicht rekrutieren jetzt kann. Wasser, oh, Wasserbändigung auch stark eigentlich, ne? Macht auch immer ordentlich Schaden. Ja, gut, goldene Drumgun will ich nicht mitnehmen, brauche ich nicht. Auto ist auch kein Star, ja, Mahlzeit. So, dann müssen wir mal, äh, jetzt dringend nach Lavish schwätzen. erstens, wer gilt es denn am Start hier? Ich glaube, hier aus dem Haus kamen, Gott, schüsse. Wenn ich jetzt nicht ganz los bin, müssten wir aus dem Haus Schüsse gekommen sein. Der Trouble Taco hier mit am Start. Und Nico nochmal mit einem Euro, ey Nico, Messer, wirklich vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Spendenbrauche. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Hä, was haben die denn gemacht? Was war das für ein Bummi-Treffen? Nico, wirklich, danke dir. Oh, der Bot ist noch da, chat, perfekt. Weil das ist auch ein Scanner-Bot, oder der scannt auch immer. Das ist auch sehr stark. Wollen wir uns in den nächsten? Komm. Das ist auch der nächste. So. Einmal einsteigen. Warten wir hier schon eine Medaille. Hier ist eine Doppelmedaille. Ey, wieso haben die Gegner eine Doppelmedaille am Start? Letzte Runde, der hat drei Meter Jaws gehabt. Jetzt hier der Doppelmedaille dabei. Wieso sind die immer so krass, die Gegner? Immer gefühlt. Nein, er ist 30 weit. Oh Gott, ist alles leer. Nein, bitte nicht. So treffe ich nichts. Mein Aim. Wie nehmen wir besser? Danke für deinen YouTube-Sapp im vierten Monat und Nico, danke noch mal für zwei Euro. Der ist irgendwo close bei mir. Aber der wurde nicht gescannt. Der wird nicht gescannt. Der hat ab, der Typ. Hier vorne steht der. Aber ich muss den eigentlich verfolgen. Der war eigentlich recht low gewesen. da vorne ist er. Eila, auch danke für deine zwei Schweizer Franken. Leute, vielen, vielen Dank für den Support heute. Was passiert hier gerade? Nico, Bro, mein bester. Nochmal hier zwei Euro. Nico, vielen, vielen Dank nochmal für die zwei Euro Spende. Das Ding ist am besten. Aktuell add ich leider keinen. Aber wir machen auch am Sonntag wieder Community Games. Da kannst du sehr gerne mitzocken, Bro. Da musst du mich auch nicht in der Liste haben. Wir machen das was nicht über Custom Codes. Aber es wäre unfair, jemanden zu adden, nur weil er Geld spendet. Wenn sich jeder hat die Möglichkeit, jeder kann was spenden oder soll auch was spenden, weil alles freiwillig. Deswegen wäre es ein Unfall, wenn ich Leute adden, nur weil sie Geld bezahlen quasi. Aber dazu, Nico, ich danke dir vom Herzen, Bro, für die Spenden. Ja, nee, das ist nicht mein Motto, Leute, so wisst ihr. Es gibt Leute, die halt quasi Zuschauer für Geld adden, aber ich will nicht das Gefühl vermitteln, dass irgendwie Geld, so wisst ihr, dass man durch Geld weiterkommt oder so hier. Das ist Quatsch. Jeder hat dieselben Chancen mitzuspielen. Wir machen immer Community Games, das ist immer für Zufall. Ja, wir haben den Medaillot-Type. Oh, bitte. Oh, mein Gott. Er hat eine Double Medaillot, Leute. Wir haben ihn. Er hat eine müdliche Pumpgun. Nee, hä? Warte mal, er hat die Grimgate-Medaille. Hat aber nur eine goldene Pump dabei? Wieso hat er die müdliche nicht mitgenommen? Hä, ist er lost? Channing, was geht da lücheln? Wie geht's dir? Bro, er lässt aber die müdliche Pumpgun liegen. Also, bei ihm kracht's ja richtig. Lässt der Mann aber die beste Pumpgun liegen? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie er die beste Pumpgun liegen lassen kann. So. Sind er noch irgendwo Gegner? Ich glaube, hier ist es chilling. Ey, ich kaufe gerade sechs Impulsgranaten. Hier liegen zwei und hier liegen zwei. Oh. Bro, ich habe gerade Gold ausgegeben. Ich habe gerade 600 Gold ausgegeben für Impulsgranaten. Nico, noch ein verschenktes YouTubes Hub. Nico, mein Bester. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Und, Abdullah, viel Spaß mit den Emotes hier. Viel Spaß mit den VIP-Vorteilen. Prost. Second Tower was geht ab, Bro, wie Hallöchen. Wegen Magazingröße. Aber deswegen ist eine goldene Pumpgun hat er auch nur das normale äh, das normale Magazin. Klar, verstehe ich, eine mythische Pumpgun kann man nicht auf fünf Schüsse aufrüsten, sondern maximal auf drei. Aber hier ist eine goldene Pumpgun hat auch nur drei. Also die hat er auch nicht aufgerüstet. Aber wir können die gleich aufrüsten. Warte mal. Hier vorne ist ein Waffenbunker. Deswegen ist es ein Waffenbunker. ein Waffenbunker. ein Aim, ne? Oh mein Gott. Was? Hat er mich gelasert? Er hat ja das mythische Gewehr. Bro, hat er mich weggebeamt. Nein, verdammt. Schade, Bro. Er hat mich so weggesprayt. Oh mein Gott, hat er mich gelasert. junger Gold, äh, mythische Stummgebär ist auch so overpowered, ne? Das hat krass, Leute. Das ist crazy. Mythische Stummgebär ist eine Ansage. Ah, das hätte ich auch gebraucht. Er sollte noch Customs machen. Wir machen immer Sonntagskustoms. meistens immer Samstags oder Sonntag unser Community-Tag. Das machen wir auf Customs. Ja, ey, mythische Stummgebär hat ordentlich reingeschallert. 150 Damage und davon zwei Sekunden weggelasert. Ja, wir gehen jetzt auch mal runter zum mythischen Stummgebär direkt. Nach Brawler Battleground. Und wir können im Battle Pass neue Bonus-Belonung freischalten. Sollen wir uns Artemis holen? Artemis sieht sehr cool aus in diesem grünen Style auch. Artemis, so, zack. Na, hör mal, ja, ey, eben. Stummgebär hat mich ordentlich weggeknallt hier. Ähm, nee, Lili, du kannst Soundvisualisierung überall einstellen. Du gehst auf die Sound-Einstellungen und hier gibt's dann die Einstellung Sound-Effekte visualisieren, das musst du anmachen und dann quasi werden dir um den Skin herum immer so Truhen oder Fußstritte und so angezeigt, wenn die nah bei dir sind. Das kannst du überall aktivieren, egal auf, äh, wo, auf welcher Konsole du spielst. Ei, ei, ei. So, Leute, komm jetzt aber noch mal ein epischen. Wir gehen jetzt mal hier runter, Brawler Battleground. Ich will jetzt das müdische Stummgewehr haben. Ich will jetzt auch das müdische Gewehr. Dann laser ich auch die Gegner so weg. Jo, bis später, Sven. Ciao, ciao. Bis später, mein Bester. Leute, ich freu mich auch schon sehr auf Star Wars Update in Fortnite. Es kommt morgen in zwei Wochen kommt das raus, am 3. Mai. Da kommt das, äh, große Star Wars, äh, ab deinen Fortnite rein. Wird es auch eine neue müdische Waffe geben. Bin ja mal sehr gespannt. Ey, Nico, mein Bester, Kurs, nochmal zwei Euro hier. Ey, Nico, Junge. Alle, das sind ja David eintragen. Ey, Nico, wirklich, ganz, ganz vielen lieben Dank für den, äh, dollen Support heute. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Kuss. Danke dir, für den Zweier hier, für die zwei Tacken. Danke, Kumpel. Danke dir. Ist schon wieder Star Wars? Ja, äh, ich glaube, jetzt schon die sechste oder siebte Star Wars Kooperation, ne? Klar, für alle, wo Star Wars nicht feiern, ist sehr langweilig vermutlich. Mal schauen, wie groß das Update am Ende des Tages wird. Mike, was geht ab, Palüchen? Zwei Geld? Ja, ja. Nico hier. Ey, Banani, was geht ab, Palüchen? So, wir landen hier beim Luft-Tempel-Chat. Ich glaube, wir sind noch der Einzige, der woher hingeht. So. Einmal Luftfähigkeit hier mit am Start. Oh, warte mal. Oh mein Gott, ey, mit dem echt treffst du wenig. Oh! 102 Headshot, wichtig. Nico, nochmal 2 Euro muss los. Ey, Nico, Junge, danke dir wirklich für die ganzen Donations hier. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen, ganz, ganz vielen Dank. Ja, ich bin mal gespannt bei Star Wars Kooperation. Vielleicht wird sie auch diesmal ein bisschen kleiner gehalten. Also, ich kann mir vorstellen, dass da wieder eine Lichtschwerer werden vermutlich reinkommen. dann die Machtfähigkeiten, dann die neuen mythischen Blaster. wird vermutlich ähnlich sein wie immer, ne? Äh, ja, Bruder, wir haben schon Luftfähigkeit. Was gehen davon ab für eine Action? Loll, der hat's gar nicht gecheckt, da ich so hoch gesprungen bin. Lowberry Intus hat, äh, ordentlich reingeschallert. Oh, epische neue Pumpgun. Ippische neue Pumpgun, das schmeckt ordentlich. Mit geilem Visier sogar das neue Magazin, optimal. Leute, dann würde ich sagen, können wir den Boss holen, oder? Komm. Leute, jetzt lass ich dir mal die müdliche, äh, die müdliche AR mitnehmen, jetzt müsste er, äh, AR mitnehmen, runterkommen, oder? Da kommt er. So. Let's go, Leute. Ja, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen am Start. Ich würde sagen, wir können hier, äh, weiter fetzen. Oh, Olympus wird gefeiert. Dann ganz dringend einmischen. Dann ganz, dringend die einmal einmischen, Leute. Wie, ey, danke dir, mein Bester. Das freut mich zu hören. So. Ab geht's. Oh, hallo. Ich muss mich feststacken hier. Oh, er fahrt jetzt schon in den, äh, Toyspot. der Arme, er checkt's gar nicht, ne? Tja. Nintendo 9141. Ey, kann der Bot bitte mal stehen bleiben? Hallo? Ja. Ey, mit müdischem Gewehr, Leute, der ist so, schau mal, wie schnell der Bot weg ist, bitte. musste mich ja nicht mehr anstrengen gefühlt. Easy. John, was grabt. Hallöschi, Manuel, was geht? Moin, moin. Oh, Leute, da war noch Mad Kid. So, dann würde ich sagen, ersten vier Kills am Start, Leute, aber, wir haben schon mal halbe Miete, weil wir haben Doppelmedaille. Unmüdische Sturmgewehr am Start. Das ist halt big. Wir haben epische Pumpkin, auch sau nice. Wie geht's, mir geht's sehr gut, danke schön. Hoffen wir bei euch ist auch alles gut. Alles zipptopp hier. So, dann lass uns mal Richtung, oh, zu den Gegnern gehen. Wollen wir jetzt sagen, Richtung Frenzy, aber, ähm, Pommes sind eh Gegner, wie es aussieht. Ich glaube, wie bei dem Haus, oder? Ja. Oh. Oh man, oh mein Gott, warte mal. Ich hab mich kurz selber ein bisschen angedamaged. Ich hab ein bisschen Lost Jet, die EMP-Granate, die zweite. Oh man. Oh gut jetzt, gut jetzt, gut jetzt, gut jetzt. Oh man. Was sind die EMP-Granate, wer schießen auf mich, Bro? Ich seh keinen, der auf mich schießt. Alter Typ, ne? Ah, der steht auf dem Dach oben. Jetzt check ich's. Oh lol, Bro, Junge, der Bot hat so ne perfekte Granate geschmissen. Was geht denn jetzt ab? Junge, die Granate fliegt ja in mich rein. Ey Bro, ich glaub, bei jedem Baum hängen wird der Fortnite. Ach, also wirklich, ne? So, wir gehen mal kurz, äh, die Zone ins Chat. Ja, das mit ein bisschen am Popel, muss ich ehrlich zugeben. Gerade ist man ein bisschen, äh, ein bisschen am rein Popeln. Was ist das hier? Oh ne, das ist wieder so ne Sprachnachricht. Oh. Das geht jetzt, das geht jetzt ne Minute lang, Leute. Boah, Und sein nächstes Ziel ist die Jägerin. Gewinne Artemis für dich, ehe Zeus sie mit seinen Worten umgarten. Aphrodite und sie kennen sich schon ewig. Vielleicht ist sie ja dabei. So, Das dauert immer so lange, diese Dialoge. So. Wir bräuchten von irgendwo ne Krone her, Chat. Ich weiß nicht, ob jemand ne Krone hat. Ich hab noch keinen gesehen mit ner Crony. Gleich der, wo die Medaille hat. Oder ich sag hier bei jedem Ding fest. Wir gehen mal ab Richtung Insel. Ich glaub, der verfolgt mich, der Typ, oder? Mit der, mit der Medaille. Oh ja. Oh oh. Verdammt, der geht schon auf die Insel rauf. Oh 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 oh. Jetzt hab ich meine Erdfähigkeit liegen lassen. Egal, das ist nicht so schlimm. Ah Junge, wieder von irgendwie zwei, drei Leuten gleichzeitig, ne? Von wieder am Sandwich. Ja, das sind auch welche. Also. Und wie ist er verfolgt? Der eine mich aber so krass, verstehe ich nicht so ganz. Ich denke, ich muss doch unbedingt meine Pumpkin aufrüsten. Gibt es hier noch irgendwo ein Ding, Leute? So ein Werkbunker? Hier vorne gäbe es einen. Boah, wenn da die... Ja, das schildert safe jemand drin. Ich glaube, wir gehen da kurz hin. Ich muss meine Pumpkin aufrüsten, damit ich fünf Schüsse habe anstatt drei. Das wäre wichtig. Ja, die Gegner spielen nicht schlecht. Die letzten neun, wo ich leben, sind glaube ich alle gut. Oh, perfekt. Einen Millimeter nicht geschafft. Noch mehr EMP-Granaten, auch sehr gut. Ich habe also Angst vor diesen Waffenbunkern, Chad. Da sitzt halt safe jemand unten, glaube ich. Nicht mal. Es wird alles mitgenommen aus dem Bunker, aber es ist keiner da. Okay. Außer das Gold. Auch interessant. Ich sehe noch acht Gegner. Oh, hier sind noch Impulsgranaten. Sehr gut. Ich habe Bock auf die Erdfähigkeit gehabt, Leute, weil mir geht unbedingt noch irgendwie mir Gedeckung ab. Bunker oder so geht mir ab. Wenn wir da Medaille kommen, mich pushen. Ja, da habe ich nicht gecheckt, ne? Ja, da wird eh wieder zurückkommen. Jawohl! Weil er mich so aggressiv pushen wollte. Verdienen, Junge. Karmas zu bekommen. Bro, er wollte mich so unbedingt haben, der Typ, ne? Ja, Bro. Karma. Real Talk. Einfach Karma. Er dachte, Leute, ich bin irgendwie ein Lost-U oder so, den er mal auf easy pushen kann. Gar nichts hat er gecheckt, Alter. Das ist Top-5-Situation. Gar nichts hat er gecheckt. Okay, es leben jetzt noch vier Gegner. Schauen wir, wir haben jetzt eher nicht hier oben High-Ground. Ja, das Ding ist, ich bezweifle, dass niemand eine Krone hat. Das ist das Ding. Ich hätte Bock auf eine Krone, Chad. Oh, da vorne ist jemand mit einem Bot, Leute. Der hat so einen Scanner-Bot. Da vorne ist auch jemand. Ah, das ist auch ein Bot, hä? Oh, ich liebe Wasserfälligkeit, ne? Oh, er ist einer B. Ja, weg mit dem. Mr. Mr. D. Das war's mit deiner Wasserfälligkeit, Kumpel. So, wo sind jetzt die letzten drei Gegners? Wir gehen mal Richtung Zone schon mal. Und hopp. Ah, hier, Leute. Da vorne läuft jemand. Hier. Das Ding ist, dass der mit dem Scanner-Bot-Shirt, der hat Mühner rekrutiert, den, wo ich immer hab, den, äh, Bot normalerweise. Oh mein Gott. Und wo? Beide sind im Plässen-Chat. Okay. Ist gut zu wissen jetzt bis Erste. Aber ich brauche jetzt Leben. Die letzten beiden Gegners sind beide in Ding. Beide im Plässen. Und wir haben beide im Bot rekrutiert. Jetzt haben wir jetzt ein, äh, eins gegen vier, Leute. Wir beide im Bot rekrutiert haben. Aber ich muss halt genau in die reinfahren, ne? Das taugt mir ja nicht, jetzt gar nicht. Und meine Frontscheibe ist auch kaputt. Ich kann mich ins Netzschutz-Sneifen durchs Auto durch. Oh, die, oh, die fighten, die fighten, die fighten. Oh, die fighten, die fighten. Let's go. Jawoll. Nice, Leute. GG's. Oh, wichtig. Leute, perfekt eingemischt hier. Haben wir wieder alles hier perfekt getimed, sag ich. Nice, Chat. Aber leider kein Kronensieg. Keiner hat da eine Krone gehabt. Aber jetzt haben wir eine Krone. Dann müssen wir jetzt in den Kronensieg holen. Aber, Leute, win is win. Wir haben jetzt 78 Kronen. Heute auf jeden Fall 80 Kronensiege werden voll gemacht. Ja, letzter Killer, der war entspannt gewesen. Letzter Kill war war, 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 war goodie. GG's. So. Ab geht's. Hoffentlich ins Game finden direkt. Kronensiege sucht. Ja, ja. Muss sein, bro. Muss sein. Hast du den Controller mit Bluetooth verbunden? Nee, ich zock über Kabel. Ich zock über Kabel. Wie geht's? Mir geht's sehr gut, Christian. Dankeschön. Ich hoffe, dasselbe auch alles gut. Alles zu top. Alter, ich freue mich auch ohne mal auf Sonntag schon. Auf den Unreal-Stream. Da freue ich mich auch schon ohne mal drauf. So lange Livestreamern, bis wir Unreal sind. Willkommen zurück, Nico. Hallöchen. Komm. Kronencheck? Braust du dich? Mach Kronencheck, komm. Zeig mir eine Kronen ein. Du sollst keine Schlange beschweren, du sollst Kronensieger zeigen. Und Jenny hier mit 11,99 Euro. Danke dir, Jenny. Danke dir für 11,99 Euro. Danke dir, Jenny, für den Support hier. Vielen, vielen Dank für die 11,99 Euro. Ganz, ganz, vielen lieben Dank. Chat, lass gerne mal ein bisschen Liebe da hier. Vielen, vielen Dank, Jenny, für die Unterstützung. War ich her zu schätzen? Danke dir, für 11 Euro. Küsschen geht raus. Komm, Leute, jetzt für die Spende hier machen wir jetzt einen epischen. Ich streng mich an. Ich streng mich an, Leute Gehen wir Rebel Oder gehen wir Brawler Wir gehen Rebel Roost nochmal, Chert Komm Ich will jetzt hier nochmal Rebel Roost fetzen Du warst gestern im Stadion, saugeil War sehr nice gewesen, ich habe auch ein Instagram Reel hochgeladen Heute direkt War gestern sehr cool im Fußballstadion War sehr coole Stimmung gewesen Was genau für den Hallöchen Haben wir diese Woche den neuen Turtle Beach Controller gegönnt Sehr zum Empfehlen Ja, also ich bin Eigentlich jetzt schon jahrelanger Supporter Von Playstation Scuff Controllers Die ganz normalen Playstation Controller Mit extra Pedals Aber Das Ding ist, was ich auch mal überlegt habe So verschiedene Controller in einem Video Format zu testen Es gibt ja mittlerweile Ganz viele verschiedene Firmen und Marken Und mit verschiedenen Scuff Controllern Und Pedals und alles drumherum Das würde ich eigentlich auch mal gerne in einem Video Format testen Wie ich verschiedene Controller quasi teste Um für mich auch den besten herauszufinden Da habe ich auch ein ganz cooles Format So, nur schauen, wer so Controller teilweise sehr teuer sind Wenn einen so ein ganz aufgemotster Scaff Controller kostet ja gleich einfach so 200 Euro, ne? Oh, jetzt sehe ich noch besser das Sturmgewehr Oh Lila Sturmgewehr Das kickt ordentlich rein Das knallt ordentlich rein Ähm Und Beulie Danke für den Twitch Prime Sub Kurs Danke dir für die Unterstützung hier Twitch Prime Wo ist man besser? Vielen Dank für den Support hier Beulie86 Danke dir Komm Leute Für euren Support hier Jetzt haben wir den epischen Oh nein, da vorne ist schon jemand gelaufen Hat er Nee, aber den Bot hat er nicht rekrutiert Aber lassen sie ihn die Gegner gleich holen Oh, wieder ohne Visier in der Stipe Komm bitte Ja, okay, nice Jetzt kurz das Bot rekrutieren Der ist hier vorne hingelaufen Zu dem Haus, glaube ich Oh 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 Double Was? Bro, ich habe ihm zwei Einmal 116 gegeben Er hat auch einen Windrad Bro, er ist 300 Meter weg mit Windrad Nein Ich gebe ihm zwei Mal 116 Hütte, Leute Er ist 1 HP Er ist so One-Shot Nein Den will ich mir holen, Chad Er hat auch die Luftfähigkeit schon Am Start Komm Den holen wir uns Ab ins Auto Und hinterher hier Er hat zwei Respekt Stellen, Junge Sage ich dir aber Warte, ist er Ist er hier ein gelaufender Typ? Nee Doch, das ist er, glaube ich, hier, oder? Doch, das ist der Chad, glaube ich Der Typ Das war dieser weibliche, äh Wasserbändiger Skin Das war dieser weibliche, äh Nur die Frage, Leute Wo ist dahin der Typ? Ja, fand ich erst mal gut Wo ist der jetzt hin? Bro, er hat so viele Impulsgranaten, der Typ Das Ding ist, ich würde es eh hören Weil mein Bot scannt immer Oh, warte mal Oh, oh Nein, er hat auch wieder Nee, nee, nee Bro, ey Das kann nicht sein, Bro Die können nicht immer alle abhauen Oh, das geht nicht Ich kann nicht immer abhauen So, bis die 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 Hey, Bro, bitte Die hauen die ganze Du abhauen mal Die ganzen Leute Ich will auch so ein Luftrad haben, Chat Ja, der Scan-Bot ist Kommen krass Also der Scan-Bot hatte hier Der Mühner-Bot, der ist 10 von 10 Das ist hier mein Lieblings-Bot Ich habe jetzt einfach nur eine graue Pumpkin Das ist das Problem, Leute Ich darf es nicht Überschätzen Ja, gut Hier ist eine epische Pumpkin Headshot, Leute Und er hat die Medaille Vor wem hat er sich aber Aber versteckt Er hat sich vor irgendjemandem Versteckt, Chat Vor mir sind die Da oben ist er mit Luftrad Okay, nice Vor mir sind die nächsten Gegners Und los, Kopf Komm, Mr. Wuschelkopf Aber wo ist der Zimmer mit der Luftfähigkeit Der ist schon wieder Über alle Berge, ne Nee, der ist hier drin Ich wusste es doch Das war ein Aim Nee, das war da Auch nicht mit der Luftfähigkeit Wer hat denn die Luftfähigkeit Ach, ja Das Ding ist halt mit Luft, ne Wenn man keine Luft hat Man kommt nicht hinterher Ich hab hier vorher noch Irgendwo so eine Schriftrolle gehört Ich weiß aber nicht Wo ich die genau gehört hab Die Schriftrolle Ah, da vorne Ah, das ist Wasser, glaub ich, oder? Ja, komm Können wir aber auch mit dem Ist stark Aber ohne Luft Man ist halt so langsam Im Vergleich zu denen Wo Luft haben Das ist das Problem Hm Bist du Unreal Äh, im Nullbau Und noch nicht ganz Ich glaub wir sind Championing 70% oder so Das ist der Chat Das ist der von vorne Der Typ Er macht wieder Ey, Bro, bitte, ne Bro, endlich Chat Seit 10 Jahren Haut dem mit Deine Luftfähigkeit ab Und jetzt haben wir ihn endlich So Endlich, Leute So So Ich will ja gut Dave Knight Ganz wichtig Oh, das ist der Nächste Oh, beim Zug Dann auch die Nächsten Sitzen die auf dem Zug Oder wo sind die Ah, ne Das, äh Luftdraht auch Oh, mein Gott Jetzt ist der Mensch Durst eigentlich laufen Aber noch jemand Chat Hinter mir Mein Gott Junge Sarah Einmal gibt Sarah mir hier ne Bombe Aller So So Mal kurz, äh Biggies reinziehen Oh Chat Es könnten hier Jetzt endlich die 15 Kills werden Die wir seit Drei Runden versuchen zu machen Ich hab nur für 14 Kills Jetzt mal gereicht Oh mein Gott Mein Ding ist nicht nachgeladen Ah Mein, ah Bitte Oh 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 Komm, drei, zwei, wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr, Chat. Oh, da ist doch einer. Aber dann fährt er den Berg rechts rauf, dann gehen wir auch kurz den Berg rauf und dann holen wir ihn ab. 40, 60. Was machst du? Oh Leute, er hat eine goldene Pumka mit 5er Magazin, Chat. Sollen wir müdliche Pumka spielen mit 3er Magazin oder Gold mit 5er Magazin? Das ist jetzt die Frage. Ja, 5 Schüsse ist jetzt schon ordentlich, ne? Junge, er macht auch in die Avatar-Challenge. Goldene Sniper hat er ja noch gehabt. Aber auch goldene Sturmgewehr war auch noch da, oder? Ja, hier. Geil, dankeschön, Chat. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wichtig. Ich glaube, wir spielen Goldene mit 5er Schüsse Magazin. Chat, endlich hier. Jetzt sind wir die 15er Bomb. Wir haben schon 13 Kills, komm. Jetzt fordern wir noch 2 Kills, come on. Ich muss 2 von 3 Kills noch holen. Jetzt leben noch 3 Gegner. Ich kann nicht wieder mit 14 Kills gewinnen, das funktioniert nicht. Oh, hier im Haus ist jemand. Ich habe ein Ahnung. Das war's. Let's go. Let's go. Let's kill no scope. I got you. GG's. Nice. 16 kill burn. I hope it's the last time it's a bot. Nice. 79 cronies. GG's chat. G zu dem Double G's. Wir haben die... Wir haben den Fluch gebrochen mit 15 kills. Endlich. Endlich mehr als 15 kills geschafft. So, let's go Leute. Wir müssen gar nicht mehr mitbauen. Wenig. Sehr, sehr, sehr wenig. Ja, zum Beispiel morgen ist FNCS. Eventuals spielen wir morgen. Ich weiß noch nicht genau, mit wem ich morgen spiele. Das ist der neue Skin geil. Ey, ich finde den Skin saunice. Ich feiere den neuen Skin extrem, Leute. Jetzt brauchen wir Back-to-Back-Win. Jetzt brauchen wir Back-to-Back-Sieg. Und wir gehen... Wir gehen Fencing-Fields. Come on. So und sie braucht jemanden für FNCS. Echt? Ich würde nicht mit Albi. Oh, süß. Er hat 11 Kronen-Siege. Sehr süß von ihm. Das hat auch mega Angebot mit den V-Bucks. Ey, der Skin ist geil. Für 8 Euro der Skin. Back-Bling, Spitzsage und 1000 V-Bucks. Also es ist halt... Ehrlich, top. So, Leute. Ab geht's. Direkt runter nach Fencing. Schauen sie braucht jemanden für FNCS. Okay, warte mal. Hallo, hallo. Störe ich gerade? Ich bin live. Ja, du störst. Schade. Bro, mir ist gerade so angekommen, dass du für morgen jemanden FNCS noch suchst. Wieso, ja? Ja? Ja. Also rein zufällig würde ich auch jemanden suchen. Aber ich weiß nicht, ob du Bock hast. Ich habe letzte Woche auch gespielt. War ja nicht okay? Ja, okay. Ja, okay. Bro, ja. Bro, okay. Ich suche mir einen Pro, Bro. Ich suche mir auch einen Pro. Scheiß drauf. Ich dachte so, ey, wir konnten, Bro. Dann suche ich mir auch Julian kommen oder so. Egal, komm. Weg mit dir. Ja. Ich mag mal hin. Fast. Bro, Leute. Ich frage ihn. Er quittet einfach aus dem Discord raus. So ein Affe, Bro. Oh mein Gott, Digga. Er hat 200 AP. Oh mein Gott, what happened? Ja, Bro. Er landet, Digga. Er hat 200 AP. Ich habe erst beim Schlöpfer größer gelandet. Ähm. Also ist es ein Nein. Warte auf, passt. Können wir machen. Hm. Klingt sehr unüberzeugt. Muss ich ehrlich zugeben. Ja. Soll ich jetzt den... Bro, sag, yo, wir schaffen das. Sei nett. Sei lieb zu mir. Ich frag dich. Weißt du, rechter kämpfe dich an, okay? Dave. Bitte. Bitte Dave. Lass dich mit dir FNCS vorgespielt. Gut so. Sehr gut so. Oh, die fighten unter mir? Ich weiß, Bro, wie oft hast du schon die Gelegenheit mit jemand zu spielen, der... Äh, der fast 80 Kronen Sieg jetzt schon hat. Ja, das ist hier schon... Pro-würdig, sag ich. Ja. Geil, Bro. Okay, äh. 19 Uhr geht's morgen los, ne? Dann bin ich ab 17 Uhr am Start. Kannst du herkommen, wenn du ready bist dann. Das wär gut morgen. Vertrau. Yeah. Ich wär besser als Flo, äh, werden wir eh abschneiden. So. Ja, wirklich, ist das schon wieder krank. Warum ziehst du nicht erst mit rein, ha? Weil du genauso frech zu mir bist, hä? Stimmt. Ist erlaubt. Fliegen wir noch Text als Flo? Wenn ich eingeladen werde. Boah, schau wie abgekommen er ist, ne? Er wird extra eingeladen werden. Qualifizier dich doch, hä? Oder bist du zu schlecht dafür. Ja. Das war einfach. Ich will da schon Urlaub machen, weil wir nicht spielen. Ja, das wär, wär crazy, wenn das klappt mit, äh, mit Texas. Aber... Ja. Weiß ich nicht. Das hat noch ein bisschen mehr. Aktuell ist, letztes Jahr Amerika war geil. Ich hätt schon Bock nochmal da hin. Aber letztes Jahr wurde das gepaytet oder hast du es einfach bezahlt? Hm... Und da bleibt Öffentlichkeitschaltung beziehen. Digga, bitte Schlauze, Digga. Sag ihm einfach, ob du reich bist oder nicht reich bist. Ähm... Jungs, ich bin live. Störe ich gerade. Äh, ne. Für seine Werbung störst du nie. Ja. Ja, korrekt, ja? Ähm... Ja, alle mal ein L-Magic in den Chat. Ja, ein L-Wacht. Hm... Was ein Opfer. Was ein Opfer. Du weißt, was? Du hast gerade die Stimmlage gehabt bei Opfer. Wie dieser... Oder Jonas Leich hat ihn auch nicht gesagt. Major Monogram. Kände den. Major Monogram? Kennst du Major Monogram? Ja, natürlich kenn ich Major Monogram. Der Major Monogram. Mörgel. Mörgel. Okay, bei uns kommen jetzt gleich die Gäste. Deswegen, ähm... Hatten wir jetzt Freunde haben. Gäste? Ja. Hast du... Hast du eine Freundin? Ja. Iiiiii... Es gibt nur... Es gibt nur... Nein. Ja? Ohne mich. Danke, Streamstilever. Ah. Wer hat noch aufgesagt? Ähm, ja, ähm, danke, Schau dir wieder... Für den Invite, ne? Danke dir. Ich wollte eh gar nicht kommen, alles gut, Bro. Ich mach heute auch Freundeabend. Flo, kommst du vorbei? Ja, ich komm morgen an. Geil. Ja, der will jetzt vorbeikommen, komm. Ja, ne, jetzt will ich auch nicht mehr. Ah, ok, der will nicht mehr. Sorry. Ne, jetzt. Schade, dass ich zum Freundeabend nicht eingeladen werde. Ja, du wurdest weit weg. Tschüss. Tschau, ok, bis später, ja? Morgen 17 Uhr, ne? Bis morgen, bis morgen. Tschau, Flo, mein allerbester Freund. Ich hab dich lieb. Hau rein, hab dich lieb, Flo. Dicker. Oh Gott. Kracher. Okay, Chat, wir zocken morgen FNCS. Haben wir kurz mit Chonsie abgemacht. Morgen 17 Uhr, Leute, FNCS. Beziehungsweise FNCS ist dann 19 Uhr. Aber wir treffen uns morgen ab 17 Uhr. Dann, Leute, geht's morgen rein, Junge. Ey, ich hab Bock auf FNCS, Chat. Ich hab sehr Bock drauf. Eik, was geht ab? Verlöcheln. Oh, warte mal. Der hat da kurz angeschossen. Oh, ich hab gar keine Erdfähigkeit mehr. Oh Gott. Oh, ich bin tot. Oh Gott. Oh Gott. Hier sind mir zu viele Gegner. Ich muss abhauen. Ich muss hier zu schnell weg. Weil sonst kracht's hier. Oh, hier ist ein Slub Truck. Nice. Hier war ein Gegner. Da ist noch einer. Okay, das war's. Ja, das ist Dago bei Duck. Kuckuck. Auf einmal kommen hier wieder zwei Bots aus dem Nichts hervor. Auf einmal wieder zwei Bots hier aus dem Nichts. Aber Chat, ey, wir leben. Nice, man. Wird das unser achtzigster Kronensieg, ist die Frage. Ich hoffe erst mal. Ich möchte noch ein bisschen leben kurz. Irgendwie schilden. Big schilden. Ah. Oh, da vorne. Oh, Banani ist da. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin dumm, wenn ich halt wieder gepusht hab. Ist dumm von mir. War derselbe da, wo ich vorhin auch schon gelasert hatte. Der Typ spielt nicht schlecht, Chat. Der ist sehr guter Typ. Der heilt sich jetzt komplett, ne? Verdammt. Der ist genau hier über dem Wasser. Oh. Weiß ich hier. Oh, Alter. Weil ich hier bin. Sieht der mich, ist die Frage. Was ist dein Auto? Oh, jetzt kommt er mit Auto. Der ist ganz viel rum. Ich will da. Ah, der Typ ist halt nicht schlecht, das ist das Problem. Ja, ist halt wirklich nicht schlecht. Warte mal, Leute, ich sehe gar nicht, die Grimm-Geld-Medaille liegt noch da. Hä? Wer hat denn die Medaille da vergessen? Da gehe ich jetzt hin, scheint es mir egal. Oh, ey, nein, er geht da auch hin. Ah, jetzt wird die Medaille eingesammelt. Leute, ich fange jetzt da ab, ist mir jetzt egal. Komm, Big Chili. Ah, verdammt. Leute, ich brauche die, ich brauche die Medaillen. Ja, Banani down, leider. Schade. Digga, Bro, der hat die Medaillen, der Poseidon-Skin. Was? Bro, was er mir drückt? What? Ey, Bro, diese Wasserfähigkeiten sind zu stark. Bro, diese Wasserfähigkeit, Leute, ist viel viel zu overpowered. Ach, Bro, was ne? Ey, diese Fähigkeit, Leute, ist zu stark. Ich sage es euch, wie es ist. Die macht viel zu viel Damage. Junge. Bro, er drückt mir einen Triple Headshot damit, Junge. Ah, diese Fähigkeit macht keinen Sinn, Leute. Ich sage es euch, wie es ist. Es ist fernab von der Realität, diese Fähigkeit. Schade. GG's. Ist fernab von der Realität, diese Wasserfähigkeit. Hi, Sanni, was geht? Moin, moin. Nee, Steini spiel auch gar keinen Baum mehr, glaube ich. Der ist auch only 0 Baum. Ja, ja, Wasser ist in meinen Augen zu overpowered. Hi, Dani, was geht? Moin, moin. Hallöchen. Ja, Wasser, Junge. Ich wurde innerhalb von einer Sekunde wurde ich weggelasert. Wo ich snipe ihn 110 und auf einmal, wo da beamt er mich weg. Wann gehen die Abad-Items raus? Ich weiß gar nicht genau, wie lange die Kooperation geht. Weiß ich gar nicht. Wurde ich mal nachschauen, wann der Battle Pass endet. Ja, dies am 12. ist der Battle Pass gestartet und die Items, also quasi letzte Woche in Freitag kamen die rein. Muss ich dir mal nachschauen kurz. Oha. Oha. Er macht ein Liebesding für mich, Leute. Er malt ein Herz. Ey, wie süß. Hä? Hey, wie süß war der mit der Charlie gerade. Galaxy Knight, danke für 20 Monate YouTube. So, danke dir, mein Bester. Küsschen geht raus. Wie viel Dank. Kuss, 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 kuss. Lenny, was geht ab, Halöchen. Hast du Marshmallow Skinny? Yes, sir. Jawohl. Ja gut, Marshmallow war eh erst, glaube ich, vor einer Woche oder so im Shop oder vor zwei Wochen, ne? Marshmallow war eh erst, vor einer oder zwei Wochen im Shop wieder. Ich muss dir dringend den Bot holen hier vorne. Joa. Lall? Ey, ich ziehe immer Sniper ohne Visier. Wieso denn? Jedes Mal. Ich muss mir immer gefühlt zwei, drei Snipen kaufen. bevor ich nenne es einfach mit, wie sie jetzt sie. Das gibt's doch nicht. Der Fortnite-Fluch drinnen hier. Eiler, danke für 5 Schweizer Franken. Danke dir für die Big, Big Donation hier. Ganz, ganz vielen lieben Dank und Grüße hier an die Schweiz. Viel Dank für die 5 Schweizer Franken. Ganz, vielen lieben Dank. Steht der außen? Also, oder, du kannst nicht durch die Wand laufen. Der arme, Chad. Der arme. Oh, blau Stummgewehr. Zweimal ohne Visier. Warte, da hat mich ja unter mir so eine Avatar-Fähigkeit, oder? Bunker am Start. Warte, ist hier noch eins unter mir? Hä? Oder über mir? Irgendwo eine Avatar-Fähigkeit. Ah, hier außen. Erdbändigung. Ja gut, in vier Bunker, ne? Ist eigentlich... Eigentlich sind vier Bunker besser. So, aber es gibt auf jeden Fall jemand mit Kronen-Chat. Gerade im Killfeed unten sehe ich hier V1S hat jemand eliminiert und der hat Kronen am Start. Weil ich will hier unbedingt meinen 80. Kronen-Sieg voll machen. Wie hast du Standardskill kennengelernt? Boah, ich überlege gerade. Äh, eigentlich durch Fortnite tatsächlich. Durch Fortnite, äh, Content. Dann zum ersten Mal gesehen haben wir uns dann auf den Gamescom 2019. Vor fünf Jahren. Ähm, ja und seitdem seitdem carrie ich den Mann in Fortnite. Oder er mich. Spielst du FNCS am Wochenende? Jawohl. Wir gehen morgen in FNCS rein. Wir sind morgen ab 17 Uhr live-Chat. Morgen, Leute, FNCS-Turnier mitbauen. Viele werden sich drauf freuen. Hm, ist gerade ein Mod da am Start, Leute, weil der Nightbot hängt noch ein bisschen hinterher. Wir haben schon, äh, 79, äh, Kronen-Siege mittlerweile. Haben wir gut gegrindet. Ja, der Nightbot hängt immer ein bisschen hinterher. Da ist jemand auf und zu. Oh, warte mal, oh. Mein Gott, ach der. Oh, ich fliege immer ganz, ja, okay. Oh, ich fliege immer, komme draußen rum, das war's komplett gewesen. Und dann gehen wir nach Grimgate kurz rein. Ich würde auf dem Zug auf Impulsen, Bruder, ich fliege über den gesamten Berg. Ich fliege immer ganz, ich fliege auch und dann gehen wir nach, ich fliege immer, ich fliege in. Und dann gehen wir nach, es geht um die , Underworld wäre auch noch da, die Medaille, ne? Wenn wir uns beeilen, können wir auch noch kurz hinfetzen. Da müssen wir uns beeilen. Ey, Gene, was geht? Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie aktuell leider Mods, also, so, Sarah ist, wenn da, ich fühle, wenn Sarah nicht da ist, leider sehr, sehr wenig Mod-Arbeit aktuell. Finde ich ein bisschen schade. Ist ja kein Problem, wenn man mal nicht kann, aber irgendwie wird das auch nicht bescheiden. Es hat mir Zeit gegeben, dass er das Ding... Leider bisschen... Ja, und das Ding, dann frage ich so, ey, ne? Wollte doch alle Mods sein, dann schalte ich alle Jahre in Save, so, ja, ja, Save, die wollen Mods sein, aber... Man hat nur einmal im Monat da ist, also, wenn man Mods wirklich feilen möchte, hat man auch öfters, als wie einmal im Monat kurz Zeit, so. Wenn man kein Mod mehr haben möchte, ist ja kein Problem, ist ja alles gut. Also, da soll man da mal Bescheid geben und, äh, kann ich planen, aber so ist es immer ein bisschen doof. Oh Gott! Wo ist denn? Ja! Hä? Ich hab, Bro, auf einmal bekomme ich 1000 Wildlife-Schaden, oh mein Gott! Ey, Bro, ja, Bro, okay, lass es mal. Also, come on, Digga, Bro, auf einmal, Junge, Bro, der Bot, Junge, macht mir 1000 Wildlife-Schaden, Bro, wo ich noch so viel Schild hab. Ach, Junge. Bro, ich check's nicht. Ach, come on. Ja, Unlucky. Was sagt, wo sie... Der Bot macht doch mal diese Attacke mit Wildlife-Schaden, das ist das Ding. Warte, ich in Low wegen der Zone und, Digga, drei Ticks und ich war dead. Oh, Mann. Ew, Manometer. Ja, der macht, glaube ich, 10er oder 15er Ticks in der Bot. Eieieieiei. Ja, 10er, Digga, mal diese Hardest-Attacke, ne? Oh, unnötig. Alter, ich muss nochmal schwerer Gedanken machen wegen Mods. Das ist auch mal ein bisschen komisch. Sondern dann sehe ich die Mods zeitgleich, während ich live bin in irgendeinem anderen Stream. Ich bedenke so, ja. Anderen Streamen kann man Hallo reinschreiben mit mir, aber nicht. Ich muss die Leute teilweise selber timeouten. Das ist ein bisschen nervig. Und wir haben zocken, ich hab eh schon zwei Chats und so alles offen. Immer ein bisschen nervig halt. Wir haben zocken, dann immer auszutappen und jemanden zu timeouten, weil er da rein spammt oder so. Da ist schon ein bisschen doof, ne? So, Chat, wir gehen jetzt mal nochmal hier. Wir gehen jetzt mal Zeustadt. Ja, wie gesagt, Mods ist ja alles freiwillig, ne? Aber dann soll man mal Bescheid geben, wenn man keine Zeit oder Lust hat auf Mods. Das ist ja alles kein Problem, aber man hat einen Mund zum Reden, sag ich immer. Ey, Maxim, was geht ab? Lüchchen. Rote 210.000. Ja, ey, Leute, aktuell auf YouTube, ne? Ist so krass. Wir haben vor, ich glaub, zehn Tagen oder so, haben wir 200.000, vielleicht jetzt schon 206.000. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Also aktuellen Supporter, das ist sauheftig. Auf allen Plattformen, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, überall. Also aktuell, wirklich, Jungs und Mädels, läuft sau gut. Viel, viel Dank für eure Unterstützung hier. Und dann kommt der nächste Instant. So, let's go. Dann, äh, würde ich sagen, war es das denn ein Ding gewesen, Leute, hier in Mount Olympus? Ich hab mir ein bisschen Angst, Leute, weil gefühlt immer, dann wäre ich dem Boss feiert, da kommen noch ein paar Gegner angelaufen. Ja, komm Leute, wir versuchen es einfach mal. Wenn jetzt der Gegner kommt hier um die Ecke und mich abstaubt, dann bin ich sauer. Oh, oh. Ich hab keine Munition mehr. Oh, oh. Wollen wir kurz Sturm überwechseln hier? Oh Gott, hermal, dies hier. Keine Munition! Oh. Schau mal, Leute, kaum fand ich hier den Boss, kommen hier vorne die Schüsse wieder an, ne? Oh, blaues Nemesis-Gewehr. Ah, Sniper ohne Visier, ne, eigentlich, eigentlich fühle ich nicht. Eigentlich fühle ich's nicht, Leute, das Sniper ohne Visier. So, wir gehen mal kurz jetzt in der Luftfähigkeit nach oben. Ähm. Warte, wie kommen wir hier rauf? Hier? Okay. Hier geht's einfach nach oben. Hoffentlich ist der Tempel noch leer. Komm, bitte. Hoffentlich war hier noch keiner. Ja, perfekt, Leute. Luftfähigkeit. Ja, Luftfähigkeit ist so stark. Ich hab hier jetzt anlooted. Also, Brawler Battleground einfach anlooted ist. Ne, da ist der Gegner. Ich muss nachladen. Oh, dass ich hier. Oh? achten schon dass da eine step hier glaube ich kein bot ist aber auch epische sturmgewehr schon wieder am start was kommt der große boss runter hier alles junge ja holo visier fühle ich gar nicht leider dass das ding also dieses herr mal wie sie quasi singt dass ich habe irgendwo das eine banane vorgesehen hier war die jetzt sagen da wo ich vom tempel runter geflogen bin hatte ich irgendwo eine banane gesehen gehabt wusste ich doch oh mein gott wo weißt du schon mal erwartet wieder bis mit dem boss von der brau weil er anscheinend einfach selber zu schlecht ist dafür die leute werde ich mir zu passen auf ja wenn wir jetzt mal cyber mit leute auch wenn die keinen wie sie hat aber weiter dieses 4x wie sie okay ja Wo ist der? Vorne ist er ausgestiegen. 122 Warum ist mir den Pumpkin leer? Hä? Also Bro, die Pumpkin hat normalerweise 3 Schüsse. Warum ist die denn... Hat ich die nicht nachgeladen gehabt? Ich check's nicht, Bro. Ich verstehe es nicht, Bro. Ich geh rein, Bro, schieß einmal und die ist leer. Bro, ich check es nicht, Digga. Warum hab ich die nicht nachgeladen gehabt, die Pump? Warte mal, muss ich mal nachschauen kurz. Bro, ich schieß zweimal und das Ding ist leer. Warte mal kurz, Stream-Wiederholung. Hat mir der doch nicht geschossen gehabt davor, oder? Ja, die war nicht nachgeladen, die Pumpgun, glaube ich. Ja, ich hatte... Oh, ich hatte nur 2 Schüsse. Oh, man. Unlucky. Schade. Schade. Ey, Leute, der letzte Kron-Sieg geht mir ab. Das gibt's doch nicht. Oh, ja, der erste war daneben, deswegen. Der erste war... Der erste war... Weiß nicht, der war in der Buchstunde rein. Da hab ich einen Vogel gesehen in der Luft. Da hab ich einen Vogel gesehen, dann geh ich rein. Zwei Schüsse noch drinnen. Weil der erste irgendwo hingegen der erste Pump-Schuss. Ja, die Pumpgun ist Segen und Fluch. Die macht geilen Damage. Aber leider mit 3 Schüssen ist es halt, ne, Bro. Wenn du einen daneben haust, so... Mit zwei Schüssen bekommen sie nicht down. Außer, dass die mythische eventuell. Aber eigentlich alles unter mythisch musst du eigentlich... Immer auf 5 Schüsse upgraden. Sah da, was geht. Und Twine, was geht da, vor Löchern. Twine, Junge. Spielst du morgen FNCS? Ey, der letzte Kronensieg, Leute. Der beißt jetzt hier grad ein bisschen. Da beißt jetzt grad ein bisschen aus hier. Soll ich mir die Grysalzkin im Shop kaufen? Grysalzkin ist sehr nice, ja. Aber, Paluten, wenn du dir was kaufst... Nicht vergessen, sehr gerne... Radar Code. Dave Knight. Kannst du uns unterstützen. Danke dir. Äh, komm Leute. Wir gehen nochmal nach Brawler Battleground. Wir gehen nochmal die... Das mythische Stummgewerben. Das kickt ordentlich rein. Ich würde dir die Nike Skins, die neuen Mainzer oder die alten. Oh, diesmal gehen ein paar mit, Leute. Oh, oh, hab ich... Ich hab den besten Job, glaub ich. Ah, der ist wieder abgedreht. Einer hat gesehen. Ich hab besseren Drop. Ja, moin Digga. Nochmal Luftbändigung einfach. Ich finde aber drei Luftbändige Items hier. Oh! Das wollte ich nicht. Also, ob man einfach ohne zu springen aufs Schampe drauflaufen kann. Ich dachte, man muss hier springen. Schau mal. Ich kann ja einfach rauf gehen. Ohne zu springen. Lol. Auch noch nie aufgefallen. Oh, da liegt ein Kroner. Okay. Hä? Oh, Junge. Hä? Der hat irgendwie Timer oder so gehabt, ne? Aber danke dir, Bro. Krone nehme ich mir sehr gerne mit hier. Waren denn noch mehr Gegner? Ich glaub, das war's hier, ne? Oh, ah. Egal. Unten sind zwar noch welche. Ne, der Gegner, glaub ich, hat eine Heimat gehabt. Der hat Internet-Black, glaub ich, gehabt. Oh, Ares, komm mal runter hier. Oh, oh, oh. Oh, oh, ooooh. Oh, Oh, mistrad. Nurina, was geht ab? Chris, was geht, Broski? Moin, Meister. Wo sind die, wo wir fighten die ganze Zeit? Aha. So. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Alright, Shad. Stream zwei Wochen wieder mit Stand. Jo, wir machen Sonntag wieder in der Früh und einen guten Morgen streamen ab 8 Uhr. Und wir werden diesen Sonntag so lange streamen, bis wir unreal sind. Komme, was wolle. Oh, warte mal, Leute. Olympus wird auch schon gefeiert. Oh, Bruch. Wer warst du denn? Also 24 Stunden streamen. Boah. Schade, dass du um sich zutraust, dass wir schneller Unreal erreichen. Oh mein Gott. Schauen wir mal, Leute, wo er wieder steht, ne? Ich habe wieder den Kisten-Bug. Oh mein Gott. Weg mit dem. Ich kann wieder die Gottkiste nicht aufmachen. Warum auch immer. Wie weit fliegt ich? Leute, habt ihr diesen Bug auch öfters? Ich kann diese Gottkisten so oft nicht aufmachen. Ich check's nicht. Ich habe das so oft. Ich kann ja nicht abbauen. Ich habe diese Gottkisten so oft, Junge, diese Bugs. Aber auch immer bei diesen Götterkisten. Ich weiß, wie es dir gegen tun kann. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Junge. Kommt einfach rauf zu mir. Hatte ich noch nie gehabt. Ja, also wirklich, ne? Ich kann die Kommentare unter meinem TikTok schon gar nicht mehr lesen. Mit, ähm... Dave hat nur jeden Tag irgendwelche Clips suchen mit Bugs. Aber ich habe aber noch wirklich jeden Tag irgendwelche Bugs. Also Junge, die Giste ist ja obvious da. Ich kann sie nicht aufmachen. Ich habe schon teilweise gar keinen Bock mehr auf diese TikToks hochzuladen mit Bugs. Aber ich habe wirklich tagtäglich irgendwelche Bugs. Das ist das Problem. Die Leute denken irgendwie, ich troll oder keine Ahnung was. Aber ich habe wirklich jeden Tag in Fortnite Bugs. Ja, einfach Bugneid. Deswegen ist 90% der Bugs, die haben wir auch immer alle on stream. Oder eigentlich 95% aller Bugs. Das Ding hat manche Leute denken wirklich so, ich verarsche. Oder ich will irgendwie Leute verarschen damit. Aber... Keine Ahnung. Ich wäre froh, wenn ein Fortnite nicht zu viele Bugs hätte. Das Skin ist das? Ja, ey. Das Skin ist absolut nice. Ich mag den Skin komplett. So, oh, warte mal. Grimgade, mir der Jaws noch da? Leute, wir haben eine Mission-Shirt. Und wir haben sogar eine Krone jetzt. Okay. Sehr gut. Leute, ihr seid live mit dabei. Jetzt bei unserem 80. Kronensieg. Oh, hier stimmt jemand. Oh, hier stimmt jemand. Oh, er ist zu hoher ins Spiel, ne? Bitte! Ach, Bro. Haut wieder nur ab, der Typ. Jetzt. Ich glaube, er war mein Kill, der Typ. Klaut er mir einfach mal einen Kill. Oh, da wäre noch Bunker gewesen. Egal, komm, die holen wir gleich. Wechsel ich, was geht. Und hier sind auch noch irgendwo Gegner, Chat. Boah! Oh, der hat auch eine Medaille gehabt. Guck, guck, guten Morgen. Hätte der auch eine Krone gehabt. Oh, Aua. Ich bin angedamaged, der Bot hier. Und mach noch einmal deine Vulve-Attacke auf. Ich rieche mir richtig sauer hier. Da kommt der Nächste. So. Ja, das gefällt dir da unten, ne? Schon am Looten. Ja. Dachte ich mir schon, ne? Beautiful Snow. Okay, wir haben eine Krone am Start, ne? Wir haben eine Krone, wir haben Wasser. Und wir haben alle vier Meter Yaws. Holy Macaroni. Was will man mehr haben, Chat? Also, außer vier Meter Yaws, alle müdische Waffen. Den killt. Den will ich noch haben. Hey! Überleb! Boah. Überleb hat noch länger, Junge. Ja, nice. Let's go, Chat. So, hier sind noch die Bunker mehr dabei. Dann ab zur Insel. Die nehmen wir hier auch ein bisschen uninteressant. Ja, also, es ist schon natürlich nicht mehr so geil, dass sie kein Leben mehr geben. Früher haben die jetzt Schild gegeben. Das war schon sehr overpowered. Aber vor allem diese Dashes, finde ich saukrass. Und dass ich hoch springen kann, mit der Zeus-Medaille. Oh, da ist ein Gegner. Und so ein Sprünge sind schon auch sehr ordentlich. Oh! Oh mein Gott! Was ein Headshot-Snipe! Woo! Holy Macaroni. Ja, was ein Quick-Snipe. Da habe ich den weggebuttert. Tschüss! Letzte Zeit ist mir Solo angesagt. Ja, ist safe. Also mir macht Solos aktuell mehr Spaß denn je. Eis, was geht ab? Malöchen. Macht Solo sehr viel Spaß, weil durch Solo-Modus wirst du besser. Das ist das Ding. Und Duo-Modus, auch wenn man sich nicht eingestellt will, kann man mal leicht gecarried werden von seinem Duo-Mate. Und wenn man da mal kurz umkonzentriert ist, ey, Duo-Mate klärt das schon so nach dem Denken. Ja, Solo-Modus liegt alles an dir selber. Du kannst halt nichts machen, Leute. Wenn du Solo-Modus nicht konzentriert spielst und Fehler machst, dann wird der Fehler meistens bestraft, indem du einmal zurückzulobbyen musst. Okay, wir haben sieben Kills am Start. Warte, ist der gerade am Bluten? Mein Kumpel. Ja, ist das hier wie ne Bro? Er macht ganze Festungen hier unten, Chat. Der Bruder macht ganzes Königsreich da unten in dem Waffenbunker. Chat, schlappt mal rein. Welche Medaillen findet ihr geiler? Die aus Alters-Season quasi, die wohl Leben gegeben haben? Oder quasi die mit den Funktionen jetzt? Vandet ihr die alten oder neuen Medaillons besser? Es gibt neues Update, stimmt das? Let'sche hat das gesagt. Wüsste ich jetzt nicht, also am... Es gibt bald neues Star Wars Update. Ich gehe mal überfahre mich halt. Oder überfährt mich einfach der Typ. Ich gehe mal vier. Komm noch, Scope! Verdammt! So, warum keine Heilung mit dabei? Gut, ich habe die Hades-Medaille. Ich bekomme für jeden Kill 50 Leben, deswegen. Die neuen so viel besser. Alter, auch nice. Ja, ich fand es schon auch geil, dass man ein Schild bekommen hat für die Medaillons. Ja, genau, Alexandra, wir haben ganz gut rausgeholt auf jeden Fall. Danke dir. Ja, auch Boucher, so ein absolut krasser Teammate gewesen im letzten Turnier. Boucher hat wirklich auch sehr, sehr stark gespielt. So, Chad, noch drei Gegner. Wir haben jetzt den 80. Kronensieg. Irgendwer gefightet. Ah, hier, warte mal. Okay, Chad. Letzter Gegner. Come on. Wir haben heute schon einen mit 14 Kills geholt. Einen mit 15. Einen mit 16. Und jetzt, wenn wir den letzten Kill machen, haben wir noch einen mit 17 Kills geholt. Hey, wie egal. Wir machen hier einfach gerade einen Winning-Streak, Leute, mit verschiedenen Kills. Ja, Chris, wichtig. Wichtig, wichtig. Ja, das passiert bei Niklas. Passiert. Ist mir auch schon mal passiert. Wichit, come on. Letzter Kill noch und dann haben wir 80 Kronensiege endlich voll. Wo ist der letzte Gegner? Hallo? Einmal rauskommen, bitte. Wo ist der letzte Gegner hier am Start? Oh, mein Gott. Cool boxed! Cool boxed! Oh Gott! Ich stecke fest! Oh Gott! Lassen Sie mich raus! Hätte ich jetzt schon 80 Kronen Säge, ich würde dem Sieg schenken, Leute. Ich sag's, wie es ist. Das Ding ist, er ist kein echter Bot, weil ein Bot wird dauerhaft schießen. Und er schaut mich ab und 10 Minuten an der Typ. Komm raus! Er ist einfach voll der Noob. Ich habe ein bisschen Angst, dass er an der Zone stirbt. Lauf Minion! Lauf! Komm! Lass das! Ah, der ist überfordert, ne? Hallo! Ey, er tanzt! Ja! Ey, Kumpel! Ja! Er ist freundlich! Ja, guck, guck! Tanz nochmal! Hier! Ich habe Angst, dass er mich gleich later chat! Ey! Tanz, Bro, Tanz! Ey! Sei lieb jetzt! Tanz gerade! Bro! Raff dich jetzt! Hier, sonst wirst du weggewirbelt! Ja, Bro! Er gönnt halt nicht, ne? Bro! Er gönnt halt nicht, Chat! Er war kurz schwierig, Bro! Er wird eh an der Zone sterben! Komm, Bro! Ach, der arme! Nein! Jeffrey! Er wird eh an der Zone gestorben! Nein! Ich musste den 80. Kron-Sieg voll machen, Chat! Ich musste den 80. Kron-Sieg voll machen, Chat! Ich musste den 80. Kron-Sieg voll machen! GG's, Leute! 80 Kronies! Oh, der arme! Schade! Ich dachte kurz, dass er nett wäre, wo er getanzt hat! Ich hätte kurz gedacht, das Gute kommt in ihn raus! Aber doch nicht! Nice, Chat! GG's! Was geht ab? Matthias, was geht ab? Hallöchen! Matthias, was geht ab? Matthias, Dankeschön! GG's, Leute! Hi, Miss Mopi auch an dich! Was geht? Was geht? Moin! Hallöchen! Ja, äh... Row to 100 Kron-Siege, ne? Es wird langsam! Es wird, Chat! Jetzt steht schon mal die 80 zumindest da! Das ist schon mal ein, äh... Guter, guter Anfang! Spielen Sie morgen FNZ? Ja! Wir sind morgen wieder ab 17 Uhr live! Und morgen dann ab 19 Uhr ist das große FNZ-Tourney! Bin ich, äh... Sehr gespannt! Freue ich mich schon drauf, Chat! Da freue ich mich schon drauf! Was geht Linus? Danke, Robert! So, finden wir bitte eine Round! Ey, wir spielen morgen mit, äh... Mit Jonesy gemeinsam! Also mit dem Streamer! Despo, was geht ab? Aber ich denke mal, Fix wird morgen wieder mit Maxify spielen! Vermutlich! Aber die werden... Die werden hops genommen! Fix und Maxify! Die werden hops genommen! Hast du Kontakt zu Albi? Mein Bester! Jonas, du hast Hausaufgaben! Du gehst jetzt auf meinen YouTube-Kanal! Und schaust nach, okay? Ob ich mit Albi Kontakt hab! Auf meinem YouTube-Kanal findest du die Antwort dazu! Jetzt deine Hausaufgaben, die du machen musst! Ey, wir zeigen morgen mit, äh... Mit Jonesy! Mit dem haben wir auch die letzten Tage ein paar Mal öfter schon aufgenommen gehabt! Oder der macht... Er... Er wollte Kron-Sieg machen, Check! Ich hab nicht gesehen, wie viele Kron-Siege er hat! Ähm... Wir gehen noch mal... Wir gehen noch mal nach Rebel Roost! Ich will mir den Bot kaufen! Der wo scannt! Ins Scanner-Board! Wir sagen, wir sind noch live! Äh... Also wir starten meistens immer um 17 Uhr den Stream! Wir sind jetzt schon seit zweieinhalb Stunden live! Aber... Ja, ein bisschen geht's schon noch! In eine Stunde sind wir schon noch live, würde ich sagen! So eine Stunde geht auf jeden Fall! Würde ich behaupten, äh? Oh, der letzte war wirklich süß, der letzte Gegner! Der war wirklich süß gewesen! So! Oh! Die Bots fighten da instant! Ich hab ja einen miserablen Drop hier! So! Aber Rebel wieder... Ey, Rebel! Ich sag's euch wirklich, Leute! Ist ein unterschätzter Ort! Wenn ihr einen krassen Loot-Ort braucht! Dann landet Rebel Roost! Dann direkt hier bei den Fenstern rein, die hier abgeklebt sind! Dort gibt's nämlich hier so Waffenkisten! Na ja, Bruder! Ich bin fest! So, blaue SMG! Blaues Sturmgewehr am Start! Ibsche Pumpgun! Ja, Alter, Bro! Loot ist innerhalb von... Eine Sekunde, 10 von 10! Ich hab ja unter mir irgendwo noch eine Luftfähigkeit, glaub ich, oder? Oder beziehungsweise eine Avatar-Fähigkeit! Hoffentlich ist das Luft! Ah, Bunker! Nice! Hab ja hinten grad ne Zip-Line gehört! Ah, das ist Charlie! Anonym-Modus, Junge! Weg mit dem! Okay, ich hab dann aber noch irgendwo eine Avatar-Fähigkeit gehört! Wo waren die? Aua! Ich glaub, die hab ich oben gehört, ne? Oder über mir? Ja, wo ist denn die? Ich zieh noch eins über mir? Ah, hier! Wasserfähigkeit, okay! Yo, okay, Bro! Sorry, was er mir drückt auf einmal! Junge, auf einmal er drückt mir most damage gefühlt! Alles klar! Ich hab' den Wasser kurz hochhalten hier, Leute! So, und... Du leifst, zack! Ey, das ist schon ganz geil, dass man sich im Wasser hochhalten kann! Überhaupt mal die Wasserfähigkeit hat! Das war sehr stark! Äh, wohnst du in der Schweiz? Ne! Ich wohne in München! So, lass mal kurz den Bot rekrutieren! Der müsste hier vorne sein! Ja, perfekt! Er ist noch da! So, kauf mir bitte ne Sniper mit Visier! Ey, was ist heute los? Der gönnt nicht der Bot! Der gönnt nicht der Bot! Ich sag' ich das! Oh, wieder ohne Visier! Komm! Ja! Ah, sorry! Es ist Schmutz! Junge, ich glaub' heute... Oh mein Gott, Junge! Banani! Ja, okay! Das ist, äh, das geil hier! Ehren-Stream-Sniper! Aber Banani, du musst weggehen, äh, der Bot! Dann schießt du uns auf dich! Banani-Kurs, danke für die goldene Snipe! Junge! Gott-Stream-Sniper hier! Ja, da ist ein Visier drauf, zumindest! Ja, ne, ich brauch' das Standard-Visier! Das ist das Beste auf den Sniper in meinen Augen! Ohne ist auch okay, aber ich spiel' nie ohne! Deswegen ist für mich immer so ungewohnt! Okay, Chat, Medaillons wurden eingesammelt, wir gehen da mal hin! Ab zu den Medaillons hier! Ich rank, wirst du beim Mitbauen! Aber ich weiß gar nicht genau, musst du mal nachschauen bei Ausrufezeichen Rank! Dann wird's reingeschrieben in den Chat! Ich weiß gar nicht genau, ich hab' so lang kein Rank mit Baum mehr gespielt! Simon 2 bin ich im Bauen, okay, lol! Ja, Bruder, hab' ich... Hab' glaub' ich in der Season einen Tag mit Baum gespielt, das war's! Also halt, äh, Rank mit Baum! Ich soll dich auch im höheren Rang bekommen, wenn ich nicht spiel' Oh mein Gott, mein Name! Und er saib' mich! Perfekt! Bro, er hat die neue Pump Gun! Ey, die ist so viel stärker, die neue Pump Gun! Die ist so 1000 Mal besser als die Trommel Pump Gun! Das ist so respektlos! Bro, er 2 taggt mich, ne, mit der neuen Pump! Und ich drück' ihm 3 Pump Sitz und ich mach' ihm mit 3 Pump Gun jetzt 20 Schaden oder so gefühlt! Also Trommel Pump Gun kannst du mittlerweile leider echt in den Müllammer reinschmeißen! Das ist das Problem! Trommel Pump Gun leider wirklich, äh, sehr, sehr schwach geworden! Aber die, äh, Torwächter Pump Gun macht 1000 Mal Schaden! Von der Trommel Pump! Egal! Schade! Unlucky! Lennart was gehabt, guten Abend mein Bester! Hallöchen, was geht? Ma Moin! Jet, spielt ihr auch, äh, Torwächter Pump Gun aktuell oder? Was ist eure, eure Lieblings Pump Gun? Was ist eure Favourite Pump Gun aktuell im Spiel? Ich denke mir, die meisten werden Torwächter Pump Gun spielen, ne? Auch Torwächter Pump Gun? Okay, Paar auch Hammer Pump Gun. Na gut, Hammer Pump Gun ist im Bauen ganz stark, das stimmt! Mal kurz suchen, jo, alles gut! He, Dreiecks Pump, ja gut, das ist auch Torwächter! Mit dem Dreiecks-Visier! Aber ja, äh, fühle ich, fühle ich! So, ab geht's! Ja, ich glaube, die Torwächter Pump Gun wurde jetzt in den letzten paar Updates, äh, irgendwie immer verschlechtert. Aber irgendwie die, weiß ich nicht, Schaden, also schadentechnisch, äh, gesehen, ist die Torwächter Pump Gun die schwächste. Macht leider echt am wenigsten Schaden. Ja, Torwächter Pump Gun, Realtor-Coupé, du kannst echt schnell damit schießen. Favourite Medaille? Eigentlich Grimmgate, würde ich sagen. Also, Grimmgate ist in meinen Augen die stärkste Medaille, mit den Dashes. So, wir gehen mal Frenzy, Leute. Frenzy, auch immer ein geiler Ort zu planten. Man kann's auch ganz gut bauen, warum Spielzimmer nicht bauen? Ja, wie gesagt, weil's einfach mehr Spaß macht. Wir werden morgen ein Turnier auch, äh, bei FNC, werden wir auch mitbauen, zocken. Aber so für den Alltag, so für das tägliche Zocken, macht mir Nullbau und mehr Spaß. So, wir gehen Fencing Fields, Leute. Auch immer Main-Spot. Ich mag Star Wars Leon, ja. Also ich bin jetzt nicht der Ultra-Super-Fan, aber ich habe früher schon noch alle Filme angeschaut, also ich kenne die Filme auch. Und in Fortnite finde ich Star Wars okay. Also ich finde jetzt nie, ich sage, ey, nee, nicht schon wieder Star Wars, so ist es okay. Gibt geilere Kooperationen in Fortnite, aber ich finde es in Ordnung. Oder Chat, was sagt ihr zu Fortnite x Star Wars? Schreibt mal kurz rein, mögt ihr Fortnite x Star Wars? Ja, Feuerbändigung weiß ich jetzt nicht. Ich habe meinen Aim, ach, nein. Eben, ich habe auch ein bisschen Urlaub gemacht. Was ist denn mit dem Aim gerade los? Hallo? Fortnite, mein Name. Ich habe gerade hier zwei Bummi-Gegner getroffen. So. Jetzt Fortnite, gönn mir noch am besten eine neue Pumpgun und ich bin happy. So eine schöne Torwächter-Pumpgun im Blau, wäre jetzt geil. So. Hm. Jetzt noch keine Torwächter vom Gang gefunden. Was genau machst du da gerade? Hallöchen, was geht, Bro? Hallöchen. Oh, Luftbändigung. Was machst du da? Was mach ich? Was machst du? Ich zeig ein bisschen so los gerade. Wollen wir gleich ein bisschen Duos rein? Mitbauen? Ohne Bauen? Gibt's das? Ja, ohne Bauen gibt's. Kaum zu glauben, aber du kannst ohne Bauen in Duos reingehen, ja. Mitrank? Nein, kann ich nicht. Wieso nicht? Weil ich mit Standardskill am Sonntag bis Androids streame. Deswegen leider, also Rank kann ich nicht, äh, nicht Null geworden reingehen. Außer ich geh auf mein zweiter Account. Ja, dann so. Das kann ich machen, ich geh auf mein zweiter Account und dann komm. Hey, Chris Junge, danke für 35 Monate Twitch-Sub. Junge! Ja, war gleich dreijähriges Jubiläum. Danke dir, Chris. Vielen Dank für, äh, 35 Monate YouTube-Sub. Ey, Twitch-Sub. Groß. Halte Schwede. Wie lange musst du Subtwein? Du bist auch schon ewig, ne? YouTube? Ich weiß es selber nicht mehr. Kannst ja nachschauen. Wo denn? Dann gehst du auf YouTube, auf den Stream. Dann gehst du auf das Dollarzeichen. Wenn du Mitglied bist, dann kannst du einmal im Monat so eine Bonus-Nachricht mäßig reinschicken. Nachricht wurde gesendet. Neun Mon... Neun... Twitch-Spiel, ey. Twitch-Spiel, wie soll ich sagen? YouTube-Baby. Neun Monate. Glückwunsch. Willst du einen Sohn oder ein Mädchen? Ja, was? Ey, du bist im neunten Monat, Bro. Sag mich, du hast eine Biologie-Unterricht nicht aufgepasst. Nein. War nicht dafür. Die ganze Zeit schon. Wie lange läuft denn das? Ist ja verrückt. Aber da ist Chris ein paar Monate vorne. Ah, ich habe geschenkt bekommen. Deswegen, Bro. Warte, du gönnst mir nicht mal eine Pfandflasche. Äh, vier Pfandflaschen gönnst du mir nicht? Was ist das bei mir? Wenn du mal streamen würdest? Sehst du also nicht. Ja, Bro. Okay. Sorry, dass ich keinen Supporter, der wohl nicht streamt. Ich streame. Wann hast du dein letztes Junge gemacht? Letzte Woche. Freitag oder Samstag oder Donnerstag oder so. Bro. Merkst du selber, ne? Letzte Woche. Jungs. Ich zahl auch kein Netflix Abo, wenn ich, äh, das wird über eine Woche kein Netflix mehr schauen würde. Ich zahl mein Netflix Abo auch, wenn ich Disney schaue. Ja, das ist sein Problem. Nein, nein, nein. Das ist dein eigenes Schnell. Oh, Feuerbindiger. Oh, das sieht cool aus. Was hat er denn gemacht? Der arme, Bro. Er war so in seiner Feuerattacke drin, ne? Er hat's gar nicht gecheckt. Ja. In 28 Tagen sind's drei Jahre Twitch heftig. So. So. Also Discord ist unter anderem auch dafür da, wenn wir Community Games machen, dann machen wir das oft über Discord, ähm, Abdullah. Oder eben auch so zum Schreiben in der Community. Da bin ich auch selber öfters mal im Discord unterwegs. Da könnt ihr auch ein bisschen mit mir schreiben. Da kündige ich auch immer an, wann wir live gehen oder so. Oder wenn sich mal irgendwie ein Livestream verschieben sollte. So. Hm. Warte mal. Grimm geht in Mirallons noch da. Ui. Was ist dein Lieblings Mirallon aus der Season? Das, was ich noch nicht verstehe. Das, was auf der Karte ganz unten rechts ist bei dieser Götterstadt. Es gibt zwei Götterstädte. Ja, ja. Das kleine. Ein Brawler Battleground. Genau. Heißt quasi, dass du mehr Schaden mit Visieren machst. Mit Zielvisieren. Ja, das hat irgendwie noch nie geklappt. Hä? Doch? Sobald du die Livestream hast? Ja, also ich hab das noch nie wirklich mitbekommen, dass ich das, also dass wirklich mehr Damage ist. Verstehst du? Zum Beispiel bei Cyber Max ist auch. Sniper, glaub ich, macht, äh, wenn du Headshot triffst. Also bei Sniper ist halt eh eigentlich egal, ne? Hedger ist Headshot. Aber ich glaub, ähm, damit du es so von, den Anteil siehst. Ich glaub, Sniper macht ohne Medaille, also goldene Sniper 290er Headshot. Und mit Medaille macht's 305 Schaden, also 15 Schaden mehr. Ah, okay. Also mit Stummgewehr, ne? Wird das auch so pro Schaden so 3-4 Schaden mehr einfach machen, ne? Aber ist schon. Nohnt sich schon. Ich hab Angst, Bro. Ich hab jetzt grad Cerberus aktiviert. Komm mal wieder 10.000 Leute um die Ecke und wollen mich abschauen vermutlich. Ich wär nicht grad den Bosskiller. Leider immer so. Guck mal da draus. Ja, das ist mich nervig da unten. Ja, generell, Bro. Immer, wenn wir die Bosskiller, Bro, kommen die ganzen Gegner angelaufen auf einmal. Das ist so schlimm als diesen. Letzten war's auch schon. Aber jetzt find ich, ist noch extremer geworden. Und ich sag mir fest. Also sag mir ehrlich, aktuell Torwächter Pumpgun stärkste Pumpgun in ganz Fortnite. 3 Schuss. 3 Schuss? Ähm, ja. Ja, die ist geisterkranker. Also wenn du die bist immer übst, du ein bisschen zockst mit der, die ist so heftig. Für No Build check ich. Für Mit Build check ich noch nicht ganz. Ja, doch auch, Bro. Die ist mir lieber mit 5 Schuss. Ich sag dir ehrlich. Dann ist die gut. Ist ja dieselbe Pumpgun, kannst aufrüsten auf 5 Schüsse. Kannst die Drumgun auch aufrüsten auf 10. Aber trotzdem ist die mit 10 nicht besser. Ja. Also ich finde die Torwächter Pumpgun, die knallt schon ordentlich rein. Ich hab keine Krone am Start. Schrecklich. Oh, Junge. Golden, äh, Golden Nemesis. Auch ein Maschinengewehr. Das ist crazy. Boah, ich kann jetzt schon so clean bauen. Das ist crazy. Ich mach halt diesen, du kannst den Einstellungen jetzt in den Bauspeed hoch machen. Ich glaub es geht schon ein bisschen länger, aber das hab ich noch nicht so wirklich entdeckt. Das macht das ja so viel entspannter, wenn du baust. Oh Gott. Oh. Oh, sorry. Alles gut, alles gut. Ich hab gar ein bisschen missgeliebt. Ähm. Ja, dann bist du ready für das erste Morgen, oder was? Oh. Ich hab's komplett verdrängt, dass morgen der erste ist. Mhm. Guckst du nicht mal mit Knacks? Weiß noch nicht. Muss du nicht Knackst oder was? Muss du Knackst erstmal ein bisschen droppen. Wieso das? Er muss lernen, dass er nicht Gegner anschießen, anschießen soll, dann nicht bauen soll und dann ein Hedge-Snipe wird. Das muss ich ihm noch irgendwie beibringen. Der arme Knacks, schade. Ich muss dir mal erzählen, dass du über ihn schlecht redest. Aber ich hab' den Mann so viel beigebracht. Ja, das ist gut. Er hat so viel mehr Fortnite gelernt, jetzt so. Aber, ja, Hedge-Snipe kann man da wenig tun, ne? Außer nicht overpeaken. Ja, gut. Nein, der ist einfach auf der freien Fläche auf der Wiese rumgerannt, hat ihn angeschossen wie in Bilder. Oh, das Lamy. Lamy. Ich find Knacks einen guten Duo, mate. Nullbaum. Ja, im Nullbaum kannst du auch nicht bauen. Ja, in sechs Tagen sind wir endlich wieder Cash Cups. Im Nullbaum. Es gibt einen Squad Cash Cups, äh, einen Squad Normal Cup. Hast du ihn gesehen? Mit, aber ohne bauen. Nein, ohne bauen, glaub ich. Ohne bauen. Na, dann wär's interessant für mich. Was? Wo sind die Zeus-Medaille? Die seht ihr auf der Karte gar nicht. Hat doch irgendjemand eingesammelt. Oh, der hat sogar Krone-Jet. SB Chasen. Oder Chasem. Den muss ich holen. Der selbste Typ mit der Medaille. Das ist ein Frenzy gerade. Ah, ne. Hölle nein, Bro. Ich brauche die Medaille. Und die Krone. Eigentlich mach ich nur die Krone-Jet. Ich hab schon eine Medaille. Wie viele Krone-Jet. Wie hast du trainen? Einen 7. Da können wir nicht spielen. Es ist so einfach, einen Karten-Kronen-Sieg zu holen. Ja, du weißt, da können wir ja nicht zocken. Ey, ich spiel nur Kaps, Bro. Oh, ein Swiper in Hölle. Aber da hängt's bei mir zur Zeit auf. Keine Ahnung, woran das liegt vor. Ja, aber welches Scope-Spiel zugehend hat. Wie viele denn? Welches Scope-Spiel zum liebsten? Das ist mal 4-Videos. Das ganz normale. Und dem ist es in Gold, Bro. So ist geil, macht ordentlich Schaden, Bro. Aber irgendwie das neue Gewehr in Gold ist einfach geiler. Aber dieser Bullet-Drop stört mich einfach. Oh nein, wirklich Scheli anlacken. Ach, das wäre ein 2. Ach, das wäre ein 2. Das machen wir Luftbändiger einfach. Oh, da vorne kommt der Chat. Oh, da vorne kommt der Chat. Oh, Bro, ich schieß wieder nur mit Wasser, ne? Kein Wunder, warum er so viel Kills macht. Das ist ein Wasser. Ey, dieses Wasser-Item wurde so stark. Verstärkt, ne? Ein Sniper ihm bitte! Von 16, jetzt. Ach, Bro, bitte. Jetzt bleibt stehen. Ey, Bro, dieses Windrad, ne? So, wie er abhaut. Oh, bitte bleib stehen. Oben ist er. Ey, Tau... Nein! Ey, Tau doch wieder nach hinten ab mit seinem Windrad. Bro, bitte! Ey, Luftfähigkeit ist so overpowered, Leute. Ich check's nicht. Und er kann unendlich lang rotieren damit. Oh, er riftet. Er fliegt sogar weg. Er geht nicht mehr auf die Insel rauf. Oh mein Gott, ich hab mir so prefettet. Er ist direkt gequittet. Der Arme. Bro, ist auch noch... Nein, ey! Was macht er? Er ist der nervigste Spieler. EU-Best. Ey, er geht wieder ins... Ey, nein, Bro. Wirklich, ne? Bitte, Twine, bitte. Bro, he's the nervigste Player... ...on the world. Das ist ein anderer, glaub ich, oder? Ja. Oh mein Gott. Er ist so lucky. Also, ja. Natürlich, ne? Jetzt hab ich von hinten gesnipet. Natürlich, Chad. Auch schon. Oh mein Gott, da... Da kämpft jemand einfach drinnen. Heilige Scheiße. Oh, da sitzt der drinnen einfach. Wo war der, Chad? ich bin hier durchgefahren die drei schuss macht wirklich so ein damage das verrückt der kleine Camper jeder mit der Medaille ist wieder ein ding drin ich habe mir die Sniper liegen lassen auch nee ich kann aber nicht verdrückt der Zone macht gleich 5er Ticks nein F an die Sniper auch nee Digger ja RIP Leute RIP an meine Sniper ja die Lektionszone macht das 5er Ticks ich habe gehen müssen 5er Ticks hätte ich nicht ausgehalten ey das wird dann mit Wasser und der hat auch die Krone ja Bro ey das ist der Typ ey Bro er geht wirklich die ganze Runde nur mit seinem Kack Windrad weg jawoll Junge Bro nur Windrad machte die gesamte Runde über Spinnst du oh chat letzter Gegner am Leben oh der ist hier er geht in den Busch rein jetzt muss ich chillen Chat kann ich nichts tun wenn er in den Busch chillt hab ich irgendwo Granaten ne 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 Bro dein Motorrad bringt dir nichts ja warte Bro also er ist zu low eigentlich ja GG's Chat 81er Kronensieg GG's das war der wie viele Kill waren das äh hallo kann ich mit mir öffnen 14er Kill ja ok nice let's go chat GG's auch sehr wichtig dass wir zuerst mit der Krone geholt haben und danach jetzt den zweiten Gegner ja damit wir den Kronensieg bekommen sehr wichtig nice Leute GG's so 2 News da komm mal rein Bro da komm mal rein Bro da komm mal rein Bro jetzt lass uns mal kurz eine Runde einspüren Bro ich bin mir jetzt eingespielt ich kämpfe gerade seit einer halben Stunde gegen Trav Scout Bro du checkst nicht Bro dass Null Bauen nicht Bauen ist Dirk Bro weißt du du musst ja auch Null Bauen einspielen warte bitte kurz wir bauen genau selbe wie Null Bauen dann jeder Bauen braucht Null Bauen automatisch Chat GG's Leute vergesst nicht gerne im Shop Critical Dave Night einzutragen das ist kostenlos danke für den Support Leute CC Dave Night wichtig und richtig wir bauen jetzt meinen neuen Skin das ist heute neu im Shop Bro das ist ein neues Paket ist 8 Euro hast du den Weekend? wie würde? hast du den Weekend? der ist cool den Weekend habe ich ja hä wo ist das Bundle? ganz unten? ja muss ja ganz unten sein kostet 8,99 Euro da ist ein Skin mit dabei Spitzhacke Backbling und das sind V-Bucks dabei mit Aufträge ich habe eben schon die ersten Aufträge gemacht ähm warte mal bin ich los wo sind denn die Aufträge hin? hä? warum sind jetzt die Aufträge nicht mehr für die V-Bucks? ähm wo sind jetzt die Aufträge hin Chat? also ich glaube ich bin Bug ne alle müssen hier noch die äh Aufträge angezeigt werden für den Skin mal schauen So, Mr. Twinius, dann lass mal jetzt Brawler Battleground landen. Dann hast du deinen... Willst du wirklich? Mag ich doch nicht. Hä, du meinst, du hast dein Lieblingsmütter, ja. Ah, weil ich das nicht checke. Die anderen checke ich alle. Ich finde die generell alle schlimm. Das ist das am coolsten, weil das so am wenigsten macht. Zeigst du? Wobei es wirklich so nach, keine Ahnung, ich glaube, Nobel ist Zeusing am coolsten. Ja, oder... Underworld bringt wenig, das andere Grimgate ist... Ja, das ist okay, das mit dem Boost, aber... Die Dash sind schon ausstaustark. Nein, guck mal, bei dem Controller, ich glaube, es ist nicht so schlimm, weil es anders gebeinert ist bei euch. Aber bei, guck mal, bei mir und bei Knacks, wir haben immer dasselbe Problem. Wir haben immer, wenn wir klettern wollen, dann Dash der Eimer für uns. Ja, nee, das ist bei uns auch super dumm. Ja, genau so. Nee, das ist Controller genauso. Dash ist quasi auch ganz mal doppelt der Taste. Also halt, Controller ist X, ne? Und Dash ist auch X. Ja, aber wir haben noch diesen, ähm, durch Steal-Series, diesen, dass er zurücksetzt, wenn wir Hälfte der Taste gedrückt haben. Dadurch drückt er immer doppelt. Also, ist immer boosten. Wir können nicht klettern. Immer boosten. Ja, bei mir auch. Ich Dash genauso immer. Ich muss auch, äh, quasi springen... Oh, ich bin rausgesprungen. Lass mal Grimgate festen. Sorry. Ähm... Quasi, um einmal zu springen, muss ich X drücken und dann zum Klettern nochmal X. Ja, bei uns ist das aber... Du drückst einmal X und das ist schon doppelt. Ja, gut. Ja, gut, aber es ist bei dem Controller, genau. Also, ich kann ja auch nicht klettern quasi, ohne doppelt zu drücken. Ja, stimmt. Aber muss halt aber... Dann muss halt aber... Dann muss halt mal raufdashen. Ja, das habe ich noch nie geschafft bis jetzt, nach oben dashen. Ich habe gesehen, dass das machen voll viele Pros. Das geht. Aber ich habe es noch nicht hinbekommen. Oh, ich... 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 Ich die Risiko. Ha! Oh, er hat auch eine Waffe bekommen. Wir beide eine Waffe. Er hat... Ich habe ihn. Oh mein Gott. Wir haben beide Waffen bekommen. Weil sie dem es diese Hades-Ketten und so nicht mehr gibt, ne? Oder die Toysplitze und so. Ähm, wegen... Kommen wir aus den Götterkisten. Kommen wir mal zwei Waffen raus. Oh mein Gott. Junge. Okay. Leicht den Game auch? Ne. Okay. Und wir müssen lobbyen bis hin. Wiegelung ist am Rheinschallern. Oh, ist Travis wieder. Travis! Ich bin nervös. Oh, es gibt ja Autos. Das habe ich auch gar nicht mehr gecheckt. Wo kommst du das hin? Egal, ich chasten jetzt nicht. Das war keine Waffe, aber egal. Ey, Nightcat. Das glaube ich. Das glaube ich dir nicht, Bro. Man schafft gerade, dass er durch einen Bug von Champion auf Platin runtergestuft worden ist. Also, weiß ich jetzt nicht, Bro. Ich glaube nicht, dass das... Das sowas funktioniert. Denk jetzt eigentlich mal nicht, dass es gehen kann. Ja, auf der Verzappstum circa ein bisschen Müll. Junge, Diegel ist Sonne, Bro. Willst du die haben? Die ist halt ein Deutsch aus. Kann ich nicht spielen. Ja, gerne. Bleib mal stehen. Schau mal. Ja, das rattert hier nach oben. Boah. Ja. Mr. Gitarren-Pro. Ich habe so viele von diesen Festival-Aufgaben da gemacht. Ich habe alle Emotes bekommen. Geil, Mann. Chat, glaubt ihr ihm das? Dass er von, äh... Wir haben das reingeschrieben. Nightcat, dass er von Champion auf Platin runtergestuft wird durch einen Bug? Also hätte ich jetzt noch nie gehört, dass es so einen Bug gibt. Hätte ich jetzt, äh... Noch nie gehört. Nein, vielen Dankeschön. Oh mein Gott. Ich habe das flexartig gebaut. Was, Sylve? Ein bisschen. Da muss ich kurz alles nachladen. Da sind zwei Roboter vermutlich. Warte, dann komm ich zu dir. Na ja, Roboter. Hab noch nichts zum Ausweichen. Ich glaub, bist du mit dem Spiel, was ich hab. Banani, hör auf unsere Kills zu klauen. Ich sieh schon wieder Banani im Killfeed unten. Banani klauen nicht unsere Kills, Bro. Ah, mir ist schon Roboter. Das ist halt schade. Das Banani hier unten die Kills klauen von uns. Hinter uns noch einer. Ja. Hat noch ein Kumpel irgendwo? Ja, ein Big Chili für dich, Bro. Ah, Kumpel kommt. Oh, Kumpel hat Windrad. Davon sind zwei Kumpels. No. Ich hab keine. Oh, ich hab null Munition. Oh, es wird ein Pumpkin-Only-Duell. Oh, schieß mich an. Ja, dann lass kurz Underworld reingehen, damit wir noch die Leben pro Kill-Medallee haben. Warte kurz. Isabella skinnet mich ein bisschen nerven. Ja, das klärst du, oder? Roboter. So. Okay, dann würde ich sagen, hole ich mir die Dekades. Da kann ich mir da ganz kurz helfen. Was ist das hier? Airbending. Oh, Bro. Das ist zu stark. Das ist die beste Fähigkeit. Das ist das beste, Mann. Oh, jetzt hab ich noch ein Auto. Cool. Krieg ich da Fall damage mit? Nee, Bro. Mit Luft, Bro. Unzustörbar. Ich sag's dir wie das ist. Ich hab wieder keine Muni, Bro. Oh mein Gott. Aua. Ja, bin ich halt weg, Bro. Der bot lasert mich schon wieder ein bisschen. Kannst du jetzt schon anschießen? Ja, muss aber alles nachladen. Stoppen die keine Mad-Kids mehr? Hm, schon nichts. Ich hab Fleisch für uns sonst. Im worst case. Ich hab Airbending liegen gelassen, ne? Wie? Bro, bist du dumm? Ja, okay. Brauch nicht, Bro. Ich weiß schon, mit wem ich kein Squad-Nullbound-Cup zocken werde. Wenn du Airbendinger liegen lässt. Airbendinger? Ist Airbending. Ja, Airbendinger genauso gut eigentlich. Aber Luft ist noch ein Tick besser. Und du kannst mit anderen Limits rotieren, Bro. Du kannst mit, äh... Wände rauf gehen. Okay, dann sag ich's kurz, Bro. Was du mitnimmst. Wo du keinen Platz für Luftbendinger hast. 2 Heels, 3 Waffen. Boi. Er nimmt Heels mit, Bro. Er hat Leben pro Killmedaille und nimmt 2 Heels mit. Und lässt Airbendinger liegen. Ja. Was soll ich machen? Soll ich an der Zone sterben? Ich hab echt Erfahrung damit. Sag mal Knacks. Wir müssen selbst sprawl. Zwei Stück. Oh, wir sind ein gutes Visier. Ja, let's go. Oh, was tut mir? Da war ein Solo. Bei uns haben hier ist noch einer. Der rotiert gerade Autosound. Warum auch immer. Ey, es gibt so nicht, dass keiner von den Sturmgewehr Muni hat, Bro. Oh, Junge. Ich hab zwei Schüsse in der Waffe. Null zum Nachladen. Nächster Dead. Sir Dave. Lol. Leute, das Ding ist, bevor ich auf YouTube Dave Night hieß. So bei 100 Opponenten hieß ich auch auf YouTube Sir Dave. Digga, war's ein Zufall. Lol. Ist einfach ein OG Zuschauer gewesen. Bei 100 Abonnenten, Leute. Oder bei 200 Abonnenten habe ich mir gesagt, jemanden umbenannt, den Dave Night. Aber mein eigentlicher, ganz, ganz ursprünglicher Name war Sir Dave. René, danke für den zweiten Monat YouTube Sub. Das war das Wichtigste. Danke dir, mein Bester. Ich hab alles in die Waffe, wir können weg. Ey, bei mir ist es erdbändiger, Bro. Kann Ben uns doch verliegen lassen. Achso, du meinst den Typen. Und warum sagst du immer erdbändiger? Air. Air. Luft. Luft auf Englisch. A-I-R. Das ist ein bisschen unpraktisch, dass es beides so gleich heißt. Nicht erdbändiger, sondern air. Ey, der ist bei mir der Typ. Ein bisschen Solo, Bro. Oh, er ist rausgegangen aus Luft. Bro, er ist... Ist das der Bot da? Er ist sehr gut. Er hat den Bot rekordiert. Er hat auch gute Luft gekannt. Er ist wieder in einem Air-Ding drin. Bro. Er kann das unendlich damit ablaufen, ne? Ja, der Bot schießt mich nicht an. Er ist über das Haus gesprungen einfach. Oh Bro, er macht deine... Er macht Wasserfähigkeit. Ich hasse ihn. Oh, Wasser ist so stark, ne? Er steht irgendwo hier oben. Naja, vor mir. Ich komm zu dir mit Luftrad wieder. Ich komm zu dir mit Luftrad wieder. Hast du im Haus drin, ne? Er erkennt er jetzt. Hinter der Tür. Ah. Sonst fahre ich mit dem Motorrad hinterher, Bro. Dann geh ich mit Luft hinterher. Weil er vorne ist, ja. Bro, er ist da hinten. Ja, eben. Deswegen, Bro. Er ist unfassbar schnell mit der Luft. Weißt du? Und deswegen verstehe ich nicht, warum du das nicht mitgenommen hast. Weil ich sonst in der Zone gestorben wäre. Er ist jetzt auf dem Zug oben. Aber du müsstest einfach so um, Bro. Das ist ein guter. Der ist ganz gut. Das ist ein Solo. Einer Bill. Oh, hab ihn. Oh mein Gott, war das knapp. Boah. Junge, er war richtig krass unterwegs. Aber Dave hat leider immer wieder hier besser. Ich hätte genau 1 AP gehabt, ne? Der Loot noch auf dem... Ja. Ja, der Loot ist immer noch. Vor der Zug fährt jetzt erstmal bis zum Weg. An Nullbau muss man ein bisschen schneller sein. Ja, warte dann. Ich kann da hin... Oh, will ich den Gegner? Ich bräuchte eigentlich für dich, Bro. Ich sag der Real Talk, äh... Ja, oder gib mir Konzeichen. Nee, gib mir kurz links. Du... Ja, warte ich. Du gibst das Luftding. Einfach mal bein. Aber jetzt ist gedrobt. Das gedrobt 145 Meter. Nicht auch voll. Nice. Hast du jetzt kurz im Zug entgegen gefahren bist denn? Du kannst aber doch jeden Berg rauf gehen, ne? Musst mal abchecken, Bro. Du kannst mit jedem Berg, egal wie Stall der ist, raufkommen. Warte der 2 von den Items. Ich glaube, welches richtige? Das ist falsch. Perfekt. Luft musst du mitnehmen. Luft. Wo wir in den Insel gehen? Äh, ja. Der haut auch wieder ab, ne? Junge, alle Gegner sind nur im Abhauen. Wie haben die denn so Angst vor uns? Lass dich durch die Insel. So. Einmal ab nach oben. Und du fährst sogar über Wasser mit dem Ding? Mhm. Ist sogar auch gegen den Strom. Also auch flussaufwärts. Du kannst ja auch komplett ewig benutzen. Du hast ja verrückt. Eben. Es ist unendlich. So lange fand ich. Ich hab letztens Verfolgungsjagd gehabt. Wir landen, ne? Beide. Es gibt so ein Tempel. Da spawnt Luft immer 100% zweimal, ne? Brawler Battleground auch unten, ne? Ähm. Wir snacken uns das, Bro. Es leben 90 Leute oder so. Brauch ich verfolgt gehen. Bis nur noch 6 Leute leben. Die ganze Runde habe ich die verfolgt. Und dann hat er aufgehört irgendwann. Hat er sich gequittet. Bei dir Gegner. Warte ich komm, Bro. Na ja. Gibt wieder mit Luft. Ja dann lass auf die Insel drauf. Was passiert jetzt, wenn ich da mit dem Rift bin? Oh lol. Was ist ja OP. Warte ich bin auch ausgerüstet. Okay. Mach mal. Ja ey. So ein geile. Das ist Hans, Junge. Oh, auch ein geiler Gitarren-Mode. Oh, hier fliegt jemand? Ah, ist runter, ist direkt runter. Das von mir. Warte, ich will kurz Spanner. Ja, Brows-Banani, Spanani. Bei uns war ich dem jetzt so nachher geflogen. Na gut, hier ist nichts, was irgendwie eine Sinnvolle ist. Aber schau mal, hier liegt Zeugsmedaille in dem Bunker drin. Die campen das einfach mal, äh, komm. Das ist eine Falle, wir laufen da rein. Wir lösen die Falle aus. Wir sind hier besser. Hi, Adropin, was geht ab? Wir gehen noch im Urlaub. Oha, wo bist du denn gerade? Wo hat's dich denn hingetrieben, mein alter Kumpel? Oh, ey, das ist doch einfach eine Falle mit dem Medaillon. Komm, wir fahren als cool rein. Ah, die campen safe da unten. Da gibt's irgendwo, äh, Dinge für mich. Ja, äh, Granaten, irgendwas. Ich hab jetzt erstmal einen Bunker hier. Ah, hier liegen welche, warte mal. Nicht mal. Lol, hier ist gar keiner. Wo ist es mit der, ja? Ich hab das eingesammelt, das lag oben. Das lag, das lag beim Munker. Warte dann, Bro, äh, nimm du das, äh, Zeugsmedaille. Ich hab schon ein Dashmedaille auch. Dann hab ich ein bisschen Rotation. Eben deswegen. Wer das letzte? Ah, das ist nicht abgeholt worden. Das ist noch in der Zone. Ja, hier sind die Bro mit, mit Wasserfähigkeit. Und Sniper. 50, 70. Double snipen. Egal. Oh, der, oh, der ist guter, Bro. Einer von den richtig slow. Die werden angeschossen von irgendwo, äh, rechts noch. Ja, von... Wasser. Die sind da auf dem Omro. Omro. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Pass auf, Bro. Dem auch beide Dings. Warte, ich komme erstmal zu dir. Die hauen hinter uns. So ein neuer. Ja, und es noch. So, wir haben ihn das 74. So, wir haben ihn das, Bro. Ein minus 90, Bro. Wasser ist so stark, Bro. Pass auf, Bro. Overpeak bitte nicht, wenn er mit Wasser macht. Ja, ich war von fünf Leuten wieder, Bro. Mach's keinen Sinn. Junge, diese Wasserfähigkeit, Bro. Mit einem Tick. Mit einem Tick 110 Schaden, Junge. Der Wasser ist so overpowered. Ich check es nicht. Oder... Gg's. Ähm, Leute. Sollen wir gleich auf einen Zwaner-Account gehen, um ein bisschen Rank zu spielen? Äh, Wasser ist, äh, Wasser ist nervig. Weil das Ding ist auf dem Hauptaccount oder wisst ihr ja, zocke ich ja nur mit Stunny gemeinsam für die Rank-Serie. Hau rein, Genie. Bis dann, bye bye. Aber ich kann auf meinen Zwar-Account gehen und dann können wir mit Fein bisschen Rank Zero-Bills spielen. Oder wir gehen jetzt auf den Hauptaccount Rank und mit Bound rein. Welcher Rank bist du denn mit Bound? Nicht so weit. 4-2 oder so. Ja, wenn du deinemann bist, dann können wir auch mit Bound spielen. Ich hab jetzt keinen Bock auf Android-Lobbys, Bro, oder so. Weil Android-Lobbys auf mit Bound, Digga, bin ich zu schlecht. Ich spiel nur noch so weit, wie ich muss, ne. Das Time und so. Ja, okay, okay. Ich glaub, ich bin auch da mit 2, glaub ich. Genie, schönen Abend dir noch. Bye bye. Dank für den Support. Mit Bound wär auch ein bisschen geil. Mal testen. Also nicht versprechen, ob's mir... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich spiele mal ohne Bauern gerade, oder? Achso, ja stimmt. Lass mal hier hingehen, warte mal. Hier ist dieser Tempel auf blauem Acker. Ein Lufttempel. Das ist von Nummer zwei Luftfälligkeiten. Auch Waffen? Ja, ein bisschen. Aber von da aus können wir direkt nach Olympus und Borla und so rotieren. Was ist denn High Drop, ne? Was ist denn da oder so? Ja, ja, auf dem Berg quasi oben ist der Tempel. Das ist der E hier. Ja, ich spiele morgen auch FNCS. Wie hast du letztens gespielt? Mit Fix, glaube ich, ne? Wie du mit Fix? Ne, mit Jonesy. Das ist der kleine Albee, ne? Hab ich recht? Wie wird er? Der kleine Albee? Ja genau, der mit Albee viel ab. Okay, okay. Hol du das da, ich geh oben fürs Jump jetzt. Ja, ich kann beide Dinge mitnehmen, beide Luftfähigkeiten hinterlegt. Ist halt auch geil, dass man beide stacken kann, ne? Was ist spawnen los? Was hab ich gefunden? Ich hab ne Air-Tarne. Brauchst du die? Ich zum Nullbauern auch eigentlich ganz krass, ja. Ich hab das noch nie gezeigt. Warte kurz. Hier. Danke. Okay. Hier die Luft, ne? Hinter mir. Ja. Ah, du fliegst ein bisschen höher. Ja. Ja. Hier hinten fighten die. Lass mal aufs Dach gehen. Hier direkt daneben. Lass sie hin. Hier gibt es einen Gertschest. Okay. Ich weiß wie viele Wachen du hast, Bro. Bei mir sind die Fiefer-Mauer. Ein Stummgewehr. Oh, ist der Mauer. Ja. Ja. Hier pump, Bro. Ja. Du bist an der... Stummgewehr. Flashes pump. Ja, die Pumpgun hole ich mir sofort. Steps. Na, rennt weg. Ah, die zwei bei mir. Mhm, ich komm, ich komm. Die waren nicht so schlecht, ich glaub, äh, gewesen. Oh, die haben sogar Krone. Bro, er macht Feuer. Zeig mal den. Ah, die hätten sogar Krone und so, ne? Oh, wie viel hat er mir mit Feuer gemacht? Ich hab Splashy noch für dich. Alles klar, dankeschön. Alter, lass uns den Boss holen. Ist das gut? Hey, Krusty, was geht? Ja, ne. Feuer willst du, würd ich sagen, am schwächsten. Hab wir auch noch einen neuen Skin gekauft. Nice. Aber Krusty, ich hoffe, ne? Crater-Code nicht vergessen einzutragen. Ja. Tust, Broski. Danke dir. Na doch, die Mottstelle hat das gut durch. Wollen wir uns beim nächsten Mal gerne nachfragen, kostenlos natürlich. Nevermind, Bro. Was der Bot mir gemacht hat und Damage. Ja, ja. Achtung, Link kommt von oben. Der gibt den Bots noch Tagbump. So. So. Hab ich noch einen B? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub dann mal Sprudelfast, oder nicht? Nee, aber ich wirst noch verviusen. Warte, hier sind auch nochmal Barries unten drinnen. Äh, hier links. Ah, hier liegen noch welche. Er wird voll, danke. Ah, okay. Die Barries sind hier weg, hier. Ja, hier liegen tausend Stück rum. Jetzt noch mal Luftbändigen. Erdbändigen. Lass mal Olympus gehen. Ja, ich spiel's ja übel quick von den Rotations her. Insane, Bro. Insane, von einer zu dem anderen. Wie denkst du, komm ich sonst die ganzen 20 Bombs immer hin? Die 20 Bombs. Allein heute, Bro. Einen Win mit 14 Kills. Einen mit 15. Einen mit 16. Einen mit 17 Kills. Schon gemacht. Warte mal. Nichts wie lang, Bro. Ich dachte, wir gehen Olympus. Ja, warte. Hier sind vor mir noch Schüsse. Ganz kurz. Aufensparend, okay. Ja, Bro. Kills. Kills vor Olympus. Ja, man klebt ja auch an den Wänden mit dem Ding. Das ist ja ultra komisch. Ja, Bro. Müdeste Stummgewehr schallert hat. So rein. Sie hätten goldene Stummgewehr noch gehabt. Ich könnte es dir anstatt eine Banane mitnehmen, theoretisch. Willst du goldene Stummgewehr haben? Ne, ja, ist gut. Nimm die Banane mit, bitte. Okay. Ich spiele DMR von dem, glaube ich. Ah, okay. Ja, gut. DMR ist auch sauber. Sau overpowered. Okay. Ähm. Paolo, danke dir, mein Bester. Das freut mich zu hören. Danke für den Support mit Crater Code. Wait, bist du das hier? Oder sind das Gegner? Ich glaube, das sind Bots ja alles. Ich glaube, das sind Bots ja alles. Ah, okay, okay. Das ist komplett gefokust auf mich. Das ist ein bisschen kacke. Das ist ein Geschosses bisschen schlecht. Kann dir besser geben, Bro. Warte, ich kann dir gleich geben. Kannst du bei der DMR eigentlich auch ein größeres Magazin aufrüsten? Die mythischen kannst du nicht, allerdings nicht. Ah, stimmt, stimmt. Ja, toll, ja. Oh mein Gott. Das ist ja schon maximal immer. Äh, Funkel, danke dir, mein Bester. Dankeschön. Dann lass weitergehen. Komm, ab nach Fencing. Oder beziehungsweise lass hier zum Haus gehen, weil da kannst du dir ne epische neue Pumpkan kaufen. Ich hab ne epische neue Pumpkan. Egal, dann lass ich mich noch kurz herholen. Dann noch Friends. Ja, Bro, epische Pumpkan ist so stark im Nullbauen. Du merkst, ich bin diese Lootroute nicht zum ersten Mal gegangen. Boah, weißt du, wenn wir den Bound spielen, ich zeig die Meinung. Ja, vor mir, ich schüsse. Ist der Klaus unter mir? Er macht Schildblase. Er wird auch Bananen intus. Ich glaub, die fighten da immer noch vor mir. Boah, das ist so geil, wenn ich wieder sehe, ich hab äh, neue Pumpkan mit äh, großen Magazin gezogen. Musst du den Bound nicht mit? Der ist eigentlich ziemlich gut. Äh, Adi, die Jumphand. Äh, die fliegen beide vor mir. Vielleicht verfolgen die aber auch jemanden. Kann auch sein. Die gehen zur Tankstelle hin. Ja, mit der Luftfähigkeit Jumphand ist ja ultra lustig. Ja, die steigen ins Auto ein. Hör ab mit dem Auto vor mir. Ja, ich bin rechts von dir. Guck mal. Ja, ich seh dich auf der Mini-Karte nicht, das ist wieder ein Bug. Och, Jungs. Was ist das jetzt hier wieder für'n Quatsch? Ach, du bist eh hinter mir direkt. Perfekt. Verfolgungsdirekt. Verlangen wollen die zum Tresor, maybe? Kann sein, ja. Ich steig gleich ins Auto ein und mach den Spitzhacken-Trick. Oh, aua. Er lasert mich ein bisschen. Aua. Ja, passt überhaupt so. Aua. Was? Ja, Bro. Oh mein Gott. Jetzt dreht er um, will mich holen. Bro. Der letzte Schuss. Hä? Der war doch längst in nem Ding schon. Oder ich war hinter dem Pfosten. Ja, der will so tanzen oder so, oder? Der geht aber auch nicht finish. Och nee, Digga. Die können doch nur abhauen, Digga. Wie nerve ich von denen. Warte, ich weiß, was der tut. Die wollen Trick-Fighten, ne? Ich hab da Position-Vorteil komplett. Die können jetzt nicht hoch. Und wenn, hab ich ne DMR. Oh mein Gott, Bro. Jetzt wird das Auto. Ja, die hauen nur ab. Und, warte, äh. Hier, Bro fällt gleich um. Die haben die Medaille noch nicht mal eingesammelt, ne? Davon geht's auch hoch. Ja, vorne ist auch noch zu bleiben. Direkt bei meiner Karte. Ah, Bro ist wieder im Auto drin. Warte, kann ich einmal Erdbending ziehen? So süß. Schau das. Die sind schon weggefahren, Bro. Die sind weggefahren. Ah, Bro. Du spielst die Müll-Pump-Gun im Null-Bauen. Deswegen machst du keine, äh, keine Kills damit. Bro, bei dem Bot hättest du die epische Neue kaufen können. Ah, guck ihn dir an. Mann. Das ist peinlich, Bro. Das sind ein paar Kuh hier. Was macht der? Er ist verrückter Typ. Okay. Na, Bro hat alles. Hier ist mein Gebiet. Ich hab ne Idee, Dave. Weinen, Junge. Du bist ein Macher, du hast ein Bilderbuch. Lass uns mit ihm overholen, Junge. diese Rieven, Digga. Wer ist er? Wer ist Rieven? Das ist noch ein Bigfoot bei mir. Naja, das ist on my, on my way. Ist das ein Auto? Ich glaube nicht, Mann. Wieso sponst ihr das Auto nicht? Ein Update. Ich spon das nicht mehr. Wann ist sonst immer ein ... Ich hatte ihn im Bilders, eine Banane. Oh ja, perfekt. Und dann ... Sieht hier ne Zone haben wir dir. Pass auf, oben rechts ist ein Board. Ich sehe das Fragezeichen, einfach fünf Kilometer. Ich glaube, das war nicht gewesen, Bro, oder? Ja. Ich steige ihn mal kurz aus. Pass auf, Bro. Du hast kein Waffenmodell. Ich sehe nur einen, Bro, vor mir. Wir sind jetzt nicht daneben. 130, 130, 130. Richtig low, aber ... Ja, der ... Ja, er haut nicht ab. Hier, warte mal, wo ist er denn? Ariana! Granate hier, weg mit dem. Granate. Ja, gut. GG, freeloaten. Mal wieder Airbending. Ja, äh, nimm mal Airbending mit. Das Ding ist ja, wir gleich in die Karte gehen hier. Wir können hier chillen. Warte mal, wo ist das Sturmgewehr? Und Banane. Banane, Banane. Ist dieses Wasserbending wirklich so krass? Ja, Bro. Äh, Wasserbending haben die geupdated, Bro, schonmal. Du siehst ja, ne? Aber ... Ja, doch. Mit einem Schuss, ne? Das wird sich vorne mal auf. Auf einem Schuss quasi kommen drei Eiskristalle raus. Und wenn du mit allen drei Eiskristallen, du triffst zu 80% immer alle drei direkt, ne? Du machst so 110 Schaden mit einem Schuss quasi. Das ist geisteskrank. Oh. Okay, dann nehm ich das mit statt Sniper. Ja, ja. Ja, also ist auch auf Entfernung, Bro. Kommt mit overpowered. Voll drauf. Kommt mit OP. Das ist ja komplettes Avatar-Game jetzt. Mhm. Ja, Avatar-Fähigkeiten sind zu stark. Außer halt Feuer. Aber sonst Luft, Wasser und Erde sind so crazy. Lass mal kurz schauen, aber wo der jetzt hin ist. Weil, wie gesagt, der musst du im Weltgleich holen. Ah, da unten ist er. In seinem kleinen Haus. Wo? In welchem Haus? Ja, ja komm. Lass ihn gehen. Oh, One-Shot. Ich glaub, sag rauf. Ah, dauert ihr ab. Ey, kannst nicht. Na ja, ist tot, Bro. Er hat so kassiert. Ja, aber er hat gar nicht gezeigt, dass ich halt nicht von ihm hingegangen bin. Er hat auch mal ein müdisches Gewehr gehabt. Barony. Das ist gut, ich komm, das wird der epische. Das gibt der 82. Kronen-Sieg. Stimmt, wollen wir beide eine Krone, ja. Ja, ja, von den Kilzes eben. Wir haben letztem Blick gewonnen und gegen Wurst-Krone. Und ich hab jetzt Kronegang von Ariana-Skin. Gehst du mit diesem Luft-Item da hoch? Oder brichst du vorher ab? Nee, ich mach ohne, ohne. Oh, ich sing. Gegen nach oben. Ja, dann chill kurz, oder? Wo sind die? Ah, die sind unten drin, Bro. Pass auf. Auf ihn. Ich hab' ein bisschen G gehabt. Und auch Wasser-Bänding. Hatte ich ne meinen für dich. Ja, warte, ich kann mal kurz mit dem Gap machen. Oh, die Zone kommt hoch. Er ist auch das Gefühl, dass auf den Sniper, wenn du einen Schalldämpfer drauf hast, ne? Hast du da mehr Bullet-Droppers? Hm, das ist komisch, dann snipet, ja. Ja, der Schalldämpfer da manchmal ist er wieder nicht da, das ist ganz komisch. Deswegen, ja. Irgendwie verändert er die Sniper. Stop it. Oh, mein Gott. Also, ich hab, ich hab, äh, Madcastle auch. Aber wer hat eigentlich meine Cerberus-Medaille? Die wurde reingesammelt. Weiß ich gar nicht. Kannst mal schauen. Irgendwann hat die. Der hat vorne jemand, äh, der Gegner aufgesammelt. Welche ist Cerberus? Hier. Cerberus ist, äh, Dash-Medaille. Oh. Komm noch, die letzten, äh, es sind noch zwei Duos, boah. Eine Duoteam, äh, Doppel-Medaille, Bro. Underworld-Medaille und Drumgate. Weißer, warte, komm zu ne, komm zu ne, komm zu ne, Bro. Die Storm. Ja, da vorne sitzt der. Da bin ich noch Fan-Kampf-Waffen. Lass die weg-snacken. Ist wieder Gamescom. Ja, Gamescom bin ich safe am Start. Das ist ja auch. Ah, Mann. Wie hier? Ah, ist am snipen da hinten, der Raining-Draider. Ja, die sind beide am snipen. 72. Warte, ist denn in dem Baum auch grad jemand? Warte mal. Ja, der ist runtergefallen, Bob. Der ist runtergefallen. Ah, ok, leider. Ah, jetzt krieg ich jetzt der andere. Oha. Ich guck es rein. Nicht gut. Ich guck es gut. Äh, Pilzies. Ah, von da aus, das ist ganz eklig. Oh, wirklich witzig, was er macht. Hinter. Hinter uns, you broke. Close. Close. Äh, ich schau mal hier. Oh, das sind zwei. Oh mein Gott. Ah, ich geh da voll rein. Nicht dumm. Oh Gott, ich bin wieder weg. Der ist der Avatar. Der Avatar. Hätte der andere noch? Deine ist noch hier unten irgendwo, ja. Ja. 20er sniped. Ich push rauf mit Impulse. Oh mein. Nein, 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 nein. Ist das doof. Ne, hinter mir sind noch welche, Bro. Pass auf. Wir hätten so eine Zone gehabt. Aber hier, wir killst mit Krone. Aber wir haben schon eine Krone. Scheiße. Du brennst da so komisch rein. Neuer. Ja, aber der ist so gut. Er ist wieder der Renegade Raider. Renegade, Renegade, Renegade. Stellt in seinen Baum. Achtung, dein ist hier close bei dem Stein, ne? Ich hab nicht gepiekt, Bro. Von hinten, glaub ich. Nein, nein, nein. Von vorne. Der hat auf mich geschossen. Ich hab's gesehen. Aber ich hab gar nicht gepiekt. Das ist jetzt doof, Bro. Ja, okay, Bro. Oh, okay. Bro, die läsen mich voll in der Luft. Weiß schon, warum es keine Sniper in Cups gibt. Ah, Bro. Ich weiß, warum. Ich hab ein 100er Ping. Was ist das für eine Region? Mein Gott. Ich hab deine Karte eingesammelt, ne? Ich hab nicht mehr Schild. Mein Gott, Bro. Ich hab nicht mehr Schild. Mein Gott, Bro. Die letzten zwei Dritte am Rhein schwitzen. Nein, bitte nicht. Hast du das nicht? Na. Impuls, dich. Nein, Junge, ja, der hat auch müdliche Pumpkanon und so, verdammt, Renegade Raider, Alter. Oh, schade, du schießt, Leute, trotzdem, ja, die waren gut gewesen, die waren gut. Ah, Bro, du piekst auch gegen den Bus, Bro, die waren im Bus stehen und du piekst dagegen. Das war ein Baum, Bro. Ich hab ihn genau gesehen, ich hab halt entsneakt wieder, Bro. Ich mach verrückte Pieks, aber es liegt halt daran, dass ich einfach 100er Ping hab. Deswegen wurde ich halt einfach gesniped, weil ich dann 2 Sekunden länger pieke. Ich will einmal kurz Pinkelpause machen, mach schonmal Doos mit Bauen, Rank reinhücken, okay? Einmal kurz Pinkelpause. Einmal kurz Pinkelpause, Leute, und danach gehen wir mit Bauen ins Rank rein. Dann haben wir ewig, Bro, ich weiß nicht, wann ich zuletzt Rank mit Bauen gespielt hab. Diamond 2, 97% bin ich, Bro. Also erst round eigentlich easy Upranks, sag ich. Okay, dann mach schon mal bereit. Kannst du kurz einfach Hallo zu Chat sagen, Twain? Oh, ich dachte, wir machen Pinkelpause. Ne, ich mach Pinkelpause, du musst hierbleiben. Aber ich hab auch viel Wasser getrunken. Nein, Twain, bleib hier. Ey, dann verkacke ich wieder Landing. Hey Chat, sag's keinem, okay? Sag's keinem, bleibt unser Geheimnis. Gott ist ja, mach mit deinem Ant fifteen Hellen. Und dann sind du lieben, wenn du nee mal wieder auf eyardan abundant, wenn du nee, 거지�� ja setzucht, wenn du klein hast,торig schälter. Und dann kommt das noch mal reifert. Und dann wenn man immer runter kann. Dann reicht ja noch nicht mehrmiStar. Und dann kann das jetzt Dayvor ist, debates er nicht im regelt. aber auf rehearsal immer mit der Parts jetzt sind ja, und sohire sich dort n queen note dein accountability Designer? Das war die Geschichte, wie ich Fast FNCS gewonnen hätte. Krass, ne? Ah, okay, ich bin viel, viel schneller als Dave da gewesen. Perfekt. Ja, sonst noch Fragen, Chad. Ruhe. Perfekt. Wie war's? Wie soll's gewesen sein? Super. Ja, guck mal, da ist er wieder. Die Frage war, wie war's auf dem Klo? Ähm, sehr nass war's auf dem Klo. Ja, bro, ich hab Hände gewaschen. Da war ganz viel Wasser im Spiel, bro. Dann hab ich noch Seifen, wenn der Bro ist. Auch sehr glitschig gewesen, die Seifen. Nochmal Wasser nachgespült. Also war sehr, sehr westlich. Lass Levisch landen, bitte. Ja, Levisch, das wurde mir im Nullbau ein bisschen zu verwinkelt oft. Deswegen aber bauen wir das eigentlich ganz gut. Mach den Gleiter genau auf meinen Punkt auf, dann hast du einen Gott-Job. Auf den Gott-Job, auf das... Derby gefahren oder was? Na gut, du bist ein bisschen zu weit unten, Brober. Ja, bro, schlechter Dropper hast du da. Mein Drop ist, mein Drop ist wohl zwar. Dann dir, ähm, Bahnhaus. Ah, doch, ich hab einen Topf. Nein, bei mir. Er muss schnell sein, Kollege. Wartung, der Maik kommt auch, Bro? Ja. Oh mein Gott. Er ist 72 und 24. Ist er schon? Hey, warte mal. 72 plus 24? Ja, der hat noch ein bisschen HP gehabt. Warte mal, 72 plus... Bro, er hätte... Er hätte 4 HP gehabt. 4 HP. 96... Ja, äh... Wie viel Lack hat der? Allein, dass der Maid gerade gegen SMG gestorben ist, ist verrückt. Schlösschen! Ist er noch Tag-Pump? Nee, 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 Bro, ich spiele neue Pumpgun. Beste Leben, du neue Pumpgun. Das wäre ich, was knapp rausgehe. Löchern. Oh, Junge, epische neue Pumpgun. Wie geil. Oh, nein, weins war echt gut von mir. Ah ja, Steps. Ja, äh... Ja, äh... Steps. Schau mal nach. Ich hab den, äh... Box für mich in einem Typen. Mit was? Hab den Kohn. Beide... Um meiner Wollen. Hab die Wollen. Warte, ich bin über dir. Hab die Kohn. Erst durch den Ding raus, erst durch den Schlitz raus. Hau mit Luft ab. One shot, dead. Nice, Bro. Nein, das ist richtig low, Bro. Oh my God, Bro. Ja. Warte, ich impulse hinterher, aber der ist eigentlich low. Ja, easy. So, guck. Der Mistmacher hab ich hinweggerotcht. Das schon. Ja, der Arme. Der hat keine Chance gehabt. Ja, ja, Bro. Gar keine Chance. Ja, da bin ich schon 1 AP. Dass ich überhaupt weggekommen bin, hat er Glück gehabt. Sein Mate auch. Sein Mate dachte, er sneaks sich jetzt mal kurz ran. Ja, äh... Sein Mate war auch so, ich boxe ihn und er klettert irgendwie durchs Fenster raus. Du bist dann. Oft ganz eklig. Aber ja, es hat's mir nix und da war wohl nix. Jo, äh... Sani, bis morgen. Ciao, ciao. Schlaf schön. Was ist bei dir? Big Force, ich komm nicht durchs Fenster. Unlucky. Ja, Dave hat zwei Kills im Bau-Modus, auch mal unfassbar. Es gibt sogar diese Bots, die scannen. Warten mal, ich hol kurz den Scanner-Bot. Der ist hier hinten, Bro. Also der ist nicht bei dir. Doch. Wirklich? Ich weiß, dass der hier hinten ist, Bro. Also Bro, ich hab da ziemlich ein Bot genau 1 Meter vor mir stehen. Also du kannst gerne nochmal sagen, dass ihr den Bot nicht mehr war. Na, ich weiß nicht, ob der das scannen kann. Ich weiß, dass es den Bot gibt. Der ist hier beide scannen kann. Der ist Rebel scannend und der aus Lavish scannend. Hat der ne Sniper auch? Ich hab schon gekauft, leider. Der verkauft dem eher, aber sonst. Ey, die sind bei mir, die Gegner. Ey, geht er runter zu dir? Da vorne ist er. Nein, er ist nach links weggefogen. Ach Gott. Boah, ich steh'n dahin. Ach, schweilige Scheiße. Ja, es wird nur meine Woll, ne? Ciao, ich hab'n dann, Bro. Digga, was er macht, Bro. Ich steh'n nur meine Woll. Digga, bitte. Oh mein Gott, Bro. Das sind ja 5 neue. Ja, ne, also, Bro. Digga, er ist so cringe, Bro. Er ist so cringe, Digga. Oh mein Gott, er ist, er ist gut. Oh, er steht ziemlich gut auf meine Woll, Bro. Und Sprayt nur dagegen. Deswegen hasse ich Baum, Bro. Weil es sind einfach zu schlecht, die Leute. Ja, du musst aber ein bisschen langsamer spielen, Bro. Das ist zwar ein bisschen... Du musst dir Hals über den Kopf mit 5 Gegner rein. Ja, aber, Bro, Digga. Er steht nur meine Woll und Sprayt die ganze Zeit. Also, Bro, wisst'n? Das ist so eine Scheiße. Ja, aber, aber, denke ich... Ich hab' ich's rein und geschnürt. Wollen wir trotzdem. Ah, war zu... War zu greedy, Bro. Zwei Kills. Und ich dachte, ich bin jetzt Ronaldo. Na, hier ist das Ding, das Lampe. Ich dachte, ich bin Ronaldo geworden auf einmal. Naja, der eine war komplett one-shot. Okay. Da bist du. Hattest du auch Luftfähigkeit gehabt oder hast du meins genommen gehabt? Ne, ne, ich hab' Luftfähigkeit auch gehabt. Okay, dann muss ich da eigentlich schon mal zurückgehen. Ja, ich weiß noch, Knaps hat hier ganz, ganz kranken Klatsch gehittet. Hier kamen so zwei Leute von diesem Haus oben runter gedroppt, während er Reboot hat. Das war verrückt. Ich mein, der wurde eigentlich von den Nats gemacht, aber er hat sie hier gut noch gekämpft. Na ja, warte, sonst geh erst mal zum Haus, Bro, hier und hol dir Blue Life. Gibt's Blue Life? Da gibt's Blue Life. Da ist Blue Life komplett drinne. 100. Ah, noch mehr Gegner, Bro. Nicht so gut. Warte, ich lenke. Okay, Bro. Ähm. Ähm. Äh, mich Headshot-Sniper einfach. Klassiker. Aus dem Auto raus. Er ist so am Cheaten, Bro. Ähm. Oh, die steht im Bus. Oh mein Gott, Digga. Ja, steht einfach im Bus. Ah, warte, 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 warte. Ah, Respekt, Hits. War nicht schlau, war komplett drum. Nein, 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 war schlau. Schau mal, so muss ich erst mal wieder vollheilen. Ja, gut, äh, erst mal um, Digga. Wenn der Zeit, das hat die mich rein. Ja, gut. Oh, ich hätte ihn noch fast bekommen, ne? Ja, er hätte nichts gebracht. Du hättest dich bauen können. Ja, ja, das sind halt zwei Teams wieder gewesen. Bro, die haben dich zweimal geholt. Aber, ey, hat für Uprank gereicht. Diamond 3 immerhin. Wie hast du Uprank bekommen? 6%. Ich hab vier Kills gemacht. Bro, ich war Platte. Ich hab Diamond-Spieler geholt, Bro. Wir haben vier Diamond-Spieler geholt. Hat bei mir für nichts gereicht. Jo, okay, Bro. Hast du gesehen, was ihn gerade gesnipet hat? Nee, ich glaub, ist raus. Ja, ich bin raus, ich bin raus. Okay, Bro, der ist am Cheaten. Was geht zu? Ja, morgen ist FNCS, Leute. Morgen sind wir mit... Schauen sie im Duo FNCS. Ja, morgen ist FNCS, Leute. Ich kaufe einen Skids auch. Ey, der Skin ist 10 von 10 in meinen Augen. Also, ich mag den Skin sehr gerne. Der Skin sieht sehr nice aus, Leute. Hi Lenin, was geht? Morgen, Meister. So, komm, Leute. Jetzt geht's weiter. Diamond 3, Road to Elite auch mal im Bauen hier. Ey, Hausen, Pausen, was geht? Genau, Skin kam heute rein, das neue Paket. Skin kostet 8,99 Euro. Ist der Skin mit dabei? Spitzhacken und Backfling und Aufgaben für 1000 V-Bucks insgesamt. Also lohnt sich eigentlich schon das Paket. Und nochmal lohnt sich es, Leute, mit Critical Dave Knight. Was, wenn du sogar trinkst? Matteo, so ein kleiner Verräter. Wieso? Überhol. Du wirst mich erfahren, so hochscrollst du mich. Er hat schon zum Glück vor einer Stunde reingeschrieben. Wenn es Games kommt, äh, August immer. Der August. Na, entweder du machst das Synchronseeking-Mode oder... Loll! Äh. Wieso haben wir gar gleichzeitig den Tanz gemacht? Ja, ich weiß, was du machst, ey. Komplett Synchron bei mir. Bei dir auch? Bei mir war es... Vielleicht um eine Millisekunde nicht Synchron. Aber sonst... Sonst war Synchron. Ich weiß, was geht ab. Hi Moritz, was geht? Moin moin. So. Levish Lair. Also wer was ohne Critical Dave Knight hat, ist schon ein bisschen illegal unterwegs. Sage ich genauso, Bro. Sag ich genauso. Das ist schon fast, äh, strafbar. Bar. Ja. Strafbar. Ich hab vergessen, äh, die Sprache ich reden muss. Roadtrop. Äh, ich war fast. Ich glaube, wir sind ankommen, oder? Mhm. Hast du hier landen? Da sind wir zwei Kisten. Wie schnell kommst du denn hier hoch? Das ist Feuer gewesen. Mies. Du мелst. Du kommst. Du kommst. Du kommst. Du kommst. Ja. Oh mein Gott, hey, wieso bin ich denn gestummt? Ähm, Digga, ich rede die ganze Zeit mit dir. Ähm, bräuchte ich eine blaue Pumpkin für dich. Und, ähm, Spritzer-Stounds. Oh, das ist cool, aber ich habe noch ein Slash. Digga, Bruder, ich rede, ich sage mir, hä? Was geht ab? Wir reden nicht, wenn du mich anbordest. Ich sage mir, hä, du läufst an mir vorbei und so. Ja, gut. Ja, komm, das Splasher kann ich jetzt auch noch rein drücken jetzt hier. Ey, Kirsten, danke für dein verschenktes YouTube-Sub. Ganz, ganz viel lieben Dank. Füßchen geht raus. Danke für die Unterstützung. Ähm, kannst du noch Splasher stacken? Hier wäre noch welche. Nee, nee, kann ich nicht. Haben alle gerade durchgehe�st. Dann nimm noch mal neue mit, oder nicht? Noch bessere Heals. Bananen und Minis. Ja, okay. Ja, Bro. Minis kannst du wegwerfen. Werf sie weg. Du brauchst sie nicht. Du brauchst sie nicht. Willst du die haben? Das ist Gold. Nee, nee, Bro. Ich spiele neue Pumpkin. Willst du neue Pumpkin haben? Die habe ich auch. Auch in Gold? Ja. Pink. Episch. Safe. Nee, du musst schon Pink sagen. Sag Pink. Okay, Pink. Sonst spiele ich die. Ja, easy. Hier bitte. Ey, Reboot, Bro. Nehmen wir uns. Bei der Tankstelle. Aber hol trotzdem kurz die Pump noch. Ja, Bro. Ich weiß, aber trotzdem Reboot. Oh ja, perfekt. Hast du schon? Ich habe schon. Was hast du denn für Gottloop, Bro? Aber ich kann jede Kisten spot hier auswendig. Ja, ich auch, aber trotzdem. Der Dings hat daran, dass ich nur grüne und graue Waffen aus der Kiste ziehe. Ich habe halt drei von diesen legendären Chests gefunden. Ah, okay, okay. Hier ist genau, danke für dein eigenes YouTube-Sub. Ganz, ganz vielen Dank für die Unterstützung. Büsschen geht raus. Lass mal zur Tankstelle rechts rüber gehen. Geh, Bro. Wo hat Domio Rebootet? Oh, warte, lass kurz das da noch mitnehmen. Was hat mein Name gesagt? Okay. Auch golden. Bro, hallo? Okay. Das ist verrückt. Wait, haut ab. Ey, Bro. Ich will fighten, Bro. Ich will noch, ich will ein Ding machen. Das Ganze, das Ganze müsste der Lamy holen. Ich habe das Lamy dabei. Easy. Ey, hau uns so ab. Er ist vor mir. Lass mal mit dem Wind und dem Hacken. Ich habe eins schon Gold, du noch gefunden. Ich bin hinter dir. Können wir gerne machen? Dann musst du ein bisschen sagen, wo der ist, weil ich sehe ihn. Ah. Der hat vor mir ab, warte. Kurz Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd, bleib stehen. Ah, guck mal. Verfolgungsjagd ist ein schnelles Ende. Warte. Ganz wilder Move von ihm. Er schwimmt. Rrrr. 50 Crack. Und Bad. Lauri. Warte mal. War das der, der wiederbleibt hat? Nee, das war ein anderer, glaube ich. Der, der wiederbleibt worden ist, war ein anderer. Und Robert, haut jetzt 20 Twitch-Stops raus. Was ging jetzt ab? Robert, danke dir, Bro. Kuss. Robert hier mit dem Huge Support. Vielen, vielen Dank, Robert. Alter, he's crazy. Danke dir, Robert. Vielen Dank für die Unterstützung. Richtig, Robert. Richtig, Robert. Oh, Mann. Willst du mitnehmen? Den Boss? Hast du wieder auf Link-Zeichen gedrückt? Robert. Wie, wie lang, Bro? Für 20 Gifte-Zaps, Junge. Ich, Moment, war gar nicht klar. Das ist 100, ne? Let's go. Übershoot. Ja. Ja. Robert, Junge. Danke dir, wirklich. Fürs Abo-Ziel. Ey, Robert. Ja, du bist ja. So. Ja, das meinte ich schon. Oh, warte, hier. Das Ding. Von, wo seiten die? Äh, hier bei mir. Ey, 80 auf den. 39. Und der sitzt noch. Abi? Der andere noch. Bomi? Wir müssen low, Bro. Ah, du auch. Na, Bro, er macht sowas. Oh, komm kurz zu mir, Bro. Ich hab Sprudelfast für uns. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, der andere. Oh, mein Gott. Der hat Airballs. Ich bin safe, Bro. Du musst irgendwie zu mir kommen. No safe. Ich hab Sprudelfast für uns. Oh. Ich bin safe, Bro. Na, ich bin doch nicht so safe, wie ich gemeint hatte. Wir müssen es reloaden. Wir sind nochmal drei neue. Ist das eine SMG, Bro? Ist das eine SMG? Ja. Oh, der kommt close hier. Na, easy. Dank. Sowas ist verrückt. Warte, Bro. Ich mach Doppelsprudelfast. Warte, kurz. Digga, das ist sonst was... Nein, das ist das Beste, was geht, Bro. Nein, Bro. Digga, hol doch bitte. In welcher Welt bringt Doppelsprudelfast. Mit Knacks mach ich das immer. Das klappt übel gut. Ja, Bro. Aber das bringt doch nichts, wenn die Gegner an uns dann... ...wenden dessen kommen mit Lasern. Warte kurz. Ja, fall ich auch raus. Oh mein Gott. Ich bin ... Ich bin Wartert racism. Oh, ich bin auch Wartert brac comfort college. Rausch wird in der Box halten. Die sind beide auf. oh mein gott bro hold bitte hold hast du den müdlichen pumpgang bro hold was verstehst du daran nicht ich habe gebaut ich habe rausgepeakt habe gebaut wir heilen uns gerade raus er ist er gesehen wie viel das gebracht hat aber holen wo einfach nehmen wir holen bro wenn du raus baust über holen kann er mit der smg durchschießen und wenn ich eine box war kommt er da nicht dran also ja da hat man ja gesehen dass es nicht gebracht jetzt mal da rein dass eine box kommt hier habe ich deine karte nehmen warte mal du hast doch keinen medaille oder so was auch vor dies noch huger aber das huger erstmal kurz kämpfen er hätte ihn so schön glasert okay ich fahre jetzt nein nein mach nichts machen jetzt mal nach unten hol die dash modale bro dies genau bei meiner karte ich glaube der skifahrer war der mate von dem bugger skin oder nein obwohl doch 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 weil der andere war ja das komische hässchen dabei von dem typen da oder da ja 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 wo gibt es in die wilde stelle von einstelle braucht es ist noch ein bisschen das ist ein ding was immer controller dass er alle controller schwer tun das noch nicht genau so dass genau dieses instant portion also dieses in die box ein droppen das macht gefühlt keiner adg ist mal weg braun fight hier nicht fight hier nicht das sind drei neue da unten wieder der stiefer so ein neuer bugger pass auf springt dich kannst du ja ich bin so was schneller oder ja das sowieso das ist wie der bugger die selben wieder braun die hausen wurscht da hat es bei euch oder was ich müsste weg zuschauen ist so buggy das ist so komisch wo du schreibst nicht mal in die nähe von ihm ist wirklich dumm aus beim zusagen glaube ich gibt es irgendwie weniger kameras wie da vorne ne keine ahnung bros ist irgendwie eine neue kamera die 360 grad kamera beim zugucken du siehst nie in welche richtung der typ eigentlich guckt komplette verwirrung das ist 40 sekunden ich brauche zwei boxen einfach aus steinen dann ist easy das geht ab so chat safe night i'm carrying hier junge auf mich waren direkt splasher ne vielleicht ist der slapback auch noch da ne jo warte ich schau du kannst auch sonst egal äh silberg ist weg aber dann lass ich die splasher reinziehen wo die liegt wir sind abends brauche auch die splasher kurz ja warte bumm ich habe 99 shield wow hier ist ein slappass ja automaten sind auch alle weak hier mal kommt es wird ist ein slapback jetzt in ihr sagen wir mal das läuft seit 10 Minuten. Eins war aus Schlafgut, bis morgen. Oh, Reboot vor mir. Wieder der Vio. Also nicht, wir können noch einen. Ist mir egal. Wir sind irgendwo unter wie mit Bierblah. Oh Mann, ich war so auf ihn drauf eigentlich. Da ist er da irgendwo. Wenn ich Neife haben, ist ein bisschen blöd, Bro. Ne, einer ist noch hier bei uns. Ich glaube, der ist hier in dem Haus, müsste da eigentlich sein. Ja, oder wir gehen erstmal zur Zone. Beide wieder. Amortieren hier vorne. 48, der letzte. Die muss hinteren. One shot. Ausgestiegen, das ist gut für uns. Ja, Bro trifft ein Hit. Boah, der liegt noch vor Loot. Dann muss ich kurz mitnehmen, Bro, sonst bin ich weak. Ein Letcher sniped. Oh, sehr schön. Aber hier ist noch ein zweiter Team, oder? Ja, das sind zwei Teams insgesamt bei mir. Wir sind noch der andere Solo. Prost, stehen kurz. Hab ihn dead. Zwei Solo setzt dead. Einer, mir 70 bei mir. Oh mein Gott, echt gestorben. Wer so mad. Oh mein Gott, bei der Cypressler. Oh, komm das. Sehr kurz, ich hab kein Schild mehr, Bro. Auch nicht. Kannst du kurz mal finishen? Ich hab da noch eingeloggt. Ich hab da zwei genockt, Bro. Das war nur einer. Wo ist der andere? Ah, nicht auch da irgendwo. Da ist er runtergekrabbelt. Ah, mein hieß keine mehr. Ah. Ich schieb mich kurz im Wasser. Wo ist der andere hin? Keine Ahnung, hier unten müssen wir alles meine boxen. Gut. Wenn der das Wassergeheim ist, Bro, dann ist der ziemlich weit weg. Ah, guck mal da vorne. Ich glaub, der ist Rest One. Oh, nee. Der war so ein Pyjama-Skin. Ah, nice. Jetzt hab ich ihn. Ah, der hat gut zu rebooten gerade. Kannst du zwei? Für uns hat es zwei? Wir haben noch zwei, Bro. Toch. Oh, ich bin zu viel Nobles hier. Ich hab auch kein Schild mehr die ganze Zeit. Das ist das Problem. Oh, der oben ist weak, Bro. Ich bin dann selber auch weak. Naja, das ist 20 HP. Nein! Bro, ich stelle schon seine Box, Digga. Nein! Erste 1 HP. Nein! Nein, 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 Bro. Oh, Mann. Oh, Mann. Junge. Hattest du keinen Luft, Bro? Nein, Mann. Auch immer noch nicht dabei. Ah, okay. Digga, ich dash so geil in seine Box, Digga. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich muss mich eigentlich immer in Köln abholen, aber sonst Google, wie gesagt, du findest auch Ding. Im Internet findest du eigentlich auch alle Fragen dazu, Bro. Oh mein Gott, Bro. Verdammt. Hattest du von rechts gespipet auf jemanden? Ja, das ist doch ein persönliches Ding geworden. Bro. Sehr guter Skiller. Ich hab's dir gesagt, Bro, wo du rechts gespipet hast. Ich dachte, wir fighten so als Team, keine Ahnung. Egal. Es war eh nicht mehr machbar, da irgendwas rauszuholen, Bro. Ich hab keine Rotation gehabt, wo wir acht Teams. Und, ja. Aber ich glaube, bist du noch live, Bro, oder so? Nein, nein. Okay, dann, Leute, würde ich sagen, machen wir Feierabend für das erste Mal. Jungs und Mädels, vielen Dank für den Support, Leute. Wirklich, Kurs geht raus. War ein sehr geiler Stream gewesen, Leute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hier viereinhalb Stunden. Ähm, Leute, wir sind morgen wieder pünktlich live, 17 Uhr. Dann ab morgen, ab 19 Uhr, FNCS. Würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen einschalten würdet. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, Leute. Haut rein. Danke, Leute, dass ihr die Besten. Ich küsse eure Augen. Danke für den Support. Wirklich ganz viel Liebe. Und dann, Leute, sehen wir uns morgen, 17 Uhr hoffentlich. Auf YouTube, Twitch und TikTok. Und noch einen wunderbaren Abend. Schlaft später schön. Und dann, Leute, euch morgen einen schönen Freitag, ja. Also, haut rein. Bis morgen, 17 Uhr zum neuen Livestream. Und dann bis morgen. Schlaft schön. Bye, bye. Chat ist ihr die Besten. Ciao, ciao. Schönen Abend euch. Tschüssi. Bye, bye. Danke für alle.